Leute, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Chill-O-Chill-Podcast. Wir sind nicht tot, auch wenn es so aussieht. Letzte Woche waren wir noch vermisst, aber hier sind wir wieder. Letzte Woche aus Versehen ausgefallen, aber heute sind wir wieder da. Leute, aus Versehen ausgefallen. Heute aus Versehen wieder da. Bianca, was geht bei dir? Warum liegst du so tot da? Ich lieg so tot da, weil Hamburg sich so dachte, lass mal jetzt hier eine Woche hintereinander jeden Tag 27 Grad haben und mein Körper kann das einfach nicht mehr. Jammerlappen sag ich dazu. Da ist einfach schönes Wetter in Hamburg. Ich freu mich, dass die Sonne scheint. Du warst gar nicht in Hamburg. Ich war nicht in Hamburg. Deswegen ist es ausgefallen. Erzähl mal, wo warst du? Ich war in Köln eine Woche. Hab eine Woche lang Köln abgerissen. Ich hatte fünf gute Shows. Ich bin fünfmal aufgetreten. Ich hatte vier gute Shows. Und am letzten Tag, meine letzte Show war richtig scheiße. Und dann geht man mit so einem richtig schlechten Gefühl nach Hause. Das ist doch perfekt. So mag man das doch. Das war so eine Late-Night-Show. Und da waren wirklich nicht viele Leute im Publikum und so. Und ich glaube, einige hatten auch noch so ein Gewinnspiel. Also, wenn nicht viel verkauft wird, dann machen manchmal die Veranstaltungen auch so ein bisschen Gewinnspiel und versuchen, noch so ein paar Leute reinzuholen, damit zumindest ein paar Leute da sitzen. Und das sind halt oft so Leute, die nicht so Comedy-Affin sind, die dann zufälligerweise irgendwo im Internet was gewonnen haben oder so. Dann saß dann nur so eine Handvoll Leute. Ich habe einen Witz. Ich bin völlig durchgebombt. Das war ja richtig schlimm. Und dann fährt man so nach Hause. Aber sonst war die Woche ganz nett. Ich habe bei meinen Eltern gepennt. Ein paar Sachen erlebt. Aber die Rückfahrt war der absolute Terror. Also, da muss ich mal über die deutsche Bahn abhäten. Es war so eine Vollkatastrophe. Es war wirklich so schlimm. ICE oder so? Deutschland-Ticket. Deutschland-Ticket. Und das war das Schlimmste. Das Schlimmste überhaupt. Also, ich muss sagen, oft funktioniert es gut. Ich fahre eigentlich ganz gerne mit dem Deutschland-Ticket. Geht schon klar. Auch hier von Hamburg nach Köln. Man muss ein paar mal umsteigen und so. Aber geht eigentlich. Wie lange fährt man da? Weil man fährt ja so schon mit dem ICE vier Stunden. Ja, man fährt ja eher sechs dann, würde ich sagen. Boah, das ist halt auch viel. Naja. Also, ich fahre halt immer nach Essen, weil ja meine Eltern in Essen wohnen. Und dann fahre ich für die Shows abends immer nach Köln und so. Aber der Rückweg, da bin ich dann von Essen nach Hamburg gefahren. Ich bin frühmorgens schon los, sollte um 12.30 Uhr hier ankommen. Mit dem Deutschland-Ticket. Also, das ist schon eine lange Strecke. Und es ist alles ausgefallen, auch verspätet. Oder eine Strecke war gespätet und so. Ich war um 17 Uhr hier. Es war wirklich völlig gestört. Also, es war so eine ganze Strecke. Das habe ich auch noch nie erlebt. Wir sind losgefahren in Osnabrück. Also, beziehungsweise, nach Osnabrück zu kommen war schon schwierig. Da ging schon alles schief und so. Dann kam ich da an, habe den Anschlusszug verpasst und so. Dann bin ich da in den scheiß Zug eingestiegen. Eine Stunde später. Der ist dann irgendwie verspätet losgefahren. Und meinte so, ja, vor uns steht noch so ein ICE, der irgendwie Probleme hat. Wir müssen noch warten, dass der weiterfährt und so. Dann sind wir so einen Kilometer rausgefahren aus dem Badenhof. Und dann meinten die nach dem Kilometer so, ah ja, der ICE kann nicht weiter. Wir müssen wieder zurück und die Strecke wird gesperrt. Und dann sind die einfach wieder umgedreht, wieder zurück nach Osnabrück. Dann sind wir da wieder ausgestiegen. Und dann war die Strecke dicht. Und dann musste ich mir erst mal überlegen, was ich jetzt mache. Dann bin ich über Hannover und da ewig Aufenthalt. Aufenthalt und dann von Hannover aus auch noch einmal dann nachher umsteigen. Also wirklich absolute Katastrophe, ey. Hä, krass. Ich wusste das gar nicht. Ich habe einfach von mir aus gesagt, weil ich so Stress hatte, so, wir wollten ja eigentlich Sonntag aufnehmen dann. Und ich habe halt von mir aus gesagt, hey, lass mal lieber nicht, oder? Ja, ich hätte es nicht geschafft. Ja, ne? Ja, ja, ich hätte es gar nicht geschafft. Genau, eigentlich wollten wir Sonntag aufnehmen. Deswegen bin ich nämlich so früh los. Bin um sieben Uhr losgefahren in Essen, um um zwölf hier zu sein. Weil abends hatte ich noch eine Show, ne? Ja, hat nicht gepasst. Ich bin vom Bahnhof aus mit meinem Koffer und so direkt zur Show gegangen. Alter! Hab die Show gespielt, bin nach Hause und gestorben. Das ist wirklich krass. Ich hätte erst mal zehn Tage geschlafen, glaube ich. Das war richtig, richtig anstrengend. Boah. Ja. Und dann bei der Show. Ah, das war auch so unangenehm, weil ich mache so ein bisschen so einen neuen, ich versuche so ein neues Bit und das ist richtig albern und dumm und das sitzt halt noch nicht und so. Und wenn man damit bombt, das ist doppelt unangenehm. Es ist richtig, da macht man sich richtig zum Deppen auf der Bühne. Das ist richtig schlimm. Kannst du leaken? Ich mache so eine Scheiße mit dem Hocker vorne und mache dabei so Lärm und so und ruckele also an diesem Ding rum. Und ich denke mir so, okay, kann sein, dass es nicht lustig ist, aber ich ziehe das so lange durch, bis gelacht wird. Also einfach nur so, du hantierst so mit dem Hocker rum oder was? Ja, also ich habe so ein Bild übers Fahrradfahren und ich mache so an dem Hocker vor, wie ich Fahrrad fahre und dann geht es darum, wie das wäre, Fahrrad zu fahren, vor der Erfindung des Rades, wenn man statt einem Rad, weiß ich, so ein Quadrat oder so, dann rucke ich so damit so doof rum und mache halt so eine Albernheit, einfach nur so, ne? Ich weiß auch, du in der letzten Podcast-Folge, du so, ich finde das so quatschig, dass dieser Typ von Baby Reindeer so da physisch reingerannt kommt und jetzt machst du selber so und Quatsch. Also Albernheit mag ich eigentlich. Ja, ich mag das nicht, dass er so verkleidet ist und solche Sachen und so, weißt du, er hat ja so einen komischen Hut auf und so eine Weste und solche Sachen und so. Und dann kommt er in so einem Glitzer-Outfit und so, sowas mag ich nicht. Ich will schon, dass man da eigentlich mit den Sachen arbeitet, die man so auf der Bühne hat, also ein Hocker, Mikrofonständer. Lass über mich persönlich lachen. Ja, ich will, dass man, dass halt das Stand-Up relativ puristisch ist und dass man, dass man den Hocker hat, man hat den Mikrofonständer, man hat das Mikrofon, man hat vielleicht noch das Kabel, man hat vielleicht noch einen Kohl. Und noch einen Kinderriegel. Einen Kinderriegel, ja. Ja, solche Dinge. Ja, nee, ich finde, man kann, man kann schon auch abgefahrenen Scheiß machen, auch Sachen mitnehmen. Ich will nur nicht so ein Prop-Comedian sein, weißt du, der so eine rote Nase aufsitzt, aha, und da ist der Lacher oder so, sondern das muss schon ein bisschen einen Gedanken noch so dahinter haben. Also dieses Bit von, ich glaube, von Bo Burnham, wo er so irgendwie sowas sagt, wie, wo so seine Flasche, wo er so aus Versehen seine Flasche umschmeißt und dann so sagt, haha, ihr dachtet jetzt, jetzt kommt ein Bit, das wäre mit Absicht und jetzt kommt ein Bit darüber, dass ich meine Flasche umschmeiße und dann kommt wirklich ein Bit darüber, dass er seine Flasche umschmeißt. Das finde ich so, also, so wie ich es erzähle, klingt es ultra cringe und langweilig, aber das ist richtig gut gemacht, das mit dem Timing und so, das ist echt so cool. Ja, der hat auch gute Sachen und sowas. Also, der baut ja auch öfter solche Sachen ein und hat halt irgendwo noch so was Verstecktes oder so und ich kann mich an die Stelle jetzt nicht erinnern, aber das klingt so, als sei es von ihm. Der Hund schnuppert gerade an meiner Achse. Ja. Ja, ich denke, das tut mir leid. Ja, er guckt einfach richtig disgusted. Ich habe so eine halb laufende Nase immer noch. Ich habe leider nur das, ich glaube, du hast das letzte Mal getauscht. Ah, Moment, ich habe hier noch, ja, geil. Ist das dieser Heuschnupfen? Ich habe, glaube ich, also ich habe safe auch Heuschnupfen und ich glaube, tatsächlich, es ist so viel passiert, Hundethema, ich habe eine Versicherung jetzt abgeschlossen für den Hund, eine Krankenversicherung. Was kostet das? Zu viel. Was kostet sowas im Monat? 60 Euro. Im Monat? Ja. Hä? Hol einfach einen neuen Hund. 60 Euro? Eigentlich lege ich ja 50 Euro im Monat, seit ich den Hund habe, lege ich 50 Euro im Monat weg, damit, falls er halt mal zum Tierarzt muss, ich da halt was habe. Aber dann war Leonie, Shoutout an Leonie, mit ihrer Katze zum ersten Mal beim Tierarzt und hat da direkt 700 Euro gelassen und dann dachte ich so, oh, vielleicht lohnt sich die Versicherung doch. Ja. Aber zahlen die dann sowas, wie so Arztbesuch und sowas? Ja, genau. Oder hat man dann immer auch Selbstbeteiligung? Man hat Selbstbeteiligung. Ohne Selbstbeteiligung wären es 90 Euro im Monat. Ah ja. Hä, richtig Luxus, so ein Köter, ey. Ja. Aber das Ding ist, der kleine Hund hat ... Der weiß gar nicht, was er an dir hat. Ist wirklich so, ey. Drecksvieh, ehrlich. Er weiß gar nicht, wie reich der mittlerweile ist, ey. Ehrlich, ey. Der ist richtig, was der für ein Networth hat. Oh, der schläft voll süß. Aber ja, der Hund hat halt so ein paar kleine Macken, die wirklich auch vielleicht OP-relevant sind beispielsweise und dann dachte ich mir so, bevor ich jetzt für so eine OP in Taui da bleche, hole ich mir lieber so eine Versicherung und dann mache ich aber so richtig einen auf Privatversichert und lasse den einmal im Monat durchchecken, glaube ich, damit ich richtig auf meine Kosten komme. Da werden auch schon mal die Zähne noch mal geputzt beim Tierarzt. Da werden auch Schönheitsoperationen durchgeführt, da wird auch mal mit Botox gearbeitet und der kriegt irgendwie, was gibt's denn da noch so, Beinverlängerung vielleicht mal oder so, ja. Beinverlängerung finde ich eh interessant. Der kriegt Haartransplantationen. Haartransplantationen. Der hat ja wirklich ein bisschen Haarausfall. Ah, der Arme, ja. Ja, aber ich glaube, der hat halt wirklich was und der hat halt auch schon jetzt seit ein paar, na mittlerweile Monaten, so Schuppen und trockene Haut, aber er kratzt sich halt nicht oder so, also es stört ihn nicht, es stört nur mich, weil hier überall Schuppen rumliegen und ich dachte halt, das wäre so, weil er so Sommerfell kriegt, aber das ist jetzt einfach dafür schon zu lange, dann dachte ich, er ist allergisch gegen sein Futter vielleicht auf einmal und jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass dieser kleine Spanien Fuerteventura-Hund einfach fucking Heuschnupfen hat, weil der niest einfach die ganze, wenn wir draußen im Gras sind, geht's richtig los, da tränen die Augen, da wird genießt und ich stehe daneben, meine Augen tränen, es wird genießt im Gras, ich glaube, wir haben beide einfach so eine Opfer-Allergie. Richtiges Duo, ey, geil. Vielleicht kann ich dir doch einfach meine Allergietabletten geben und dann geht's von alleine weg, muss ich gar nicht zum Tierarzt. Aber seit wann schuppt man von Heuschnupfen? Warum wird er geschuppt? Trockene Nase, trockene Hals, trockene Haut, keine Ahnung. Ah, okay. Ich schupp auch ohne Heuschnupfen. Ich weiß nicht, ob ich Heuschnupfen hab, in letzter Zeit glaube ich das manchmal so, weil ich immer so Schnupfen hab und so viel Heu fliegt. Anscheinend ist das dieses Jahr so ein Thema, deswegen dem sogenannten Klimawandel und so jetzt viele Leute noch zusätzlich oder nachträglich Heuschnupfen kriegen. Als ob, als ob, Leute, kriegt euch mal ein. Als ob sich hier auf unserer Scheibe das Klima wandelt. Ich will was erzählen. Meine Eltern sind umgezogen. Ich hab die jetzt besucht und hab ja dann bei denen gepennt und so. Und die sind im gleichen Haus umgezogen, nur so ein bisschen nach oben und auf die andere Seite vom Treppenhaus. Das heißt, die Wohnung hat genau die gleiche Größe, aber die ist so gespiegelt. Hä? Und das ist einfach so, als käme man in so ein Paralleluniversum rein, weil die Wohnung so irgendwie vertraut aussieht. Ja. Und da sind halt so die gleichen Möbel drin und so wie vorher. Aber alles ist so falsch. Das ist so ein bisschen wie, kennst du früher von Mario Kart, wenn man das so durchgespielt hatte? Dann hat man am Ende so alle Strecken nochmal gespiegelt bekommen. Und es war so, die haben sich so völlig fremd angefühlt, aber halt auch so halb vertraut. Aber man ist so falsch abgebogen an den Stellen, weil man dachte ... Auf welcher Konsole? Ist das Nintendo 64 oder so was? Also Gamecube oder solche Sachen? Weiß ich nicht mehr. Ich kenn nur den DS. Kann sein, dass es das da auch gab mit so gespiegelten Strecken. Ich glaub, ich hab einfach nie Mario Kart durchgespielt. Hä, gab's das nicht auch bei Super Nintendo, dass die Strecken nachher gespiegelt wurden? Ich weiß. Also es gab auf jeden Fall bei ein paar Spielen gab's das, dass am Ende alle 16 Strecken oder wie viel es gab, alle nochmal gespiegelt und so. Und das ... Genauso war's da jetzt bei meinen Eltern auch. Ich bin immer so falsch abgebogen und so. Plötzlich kam mein Vater. Donkey Kong. Haben die auch so oft kultig die Möbel auch spiegelverkehrt hingeschaut? Also so wirklich genauso wie in der alten Wohnung platziert? Nee, geht halt nicht so ganz, weil meine Eltern haben so eine Couch zum Beispiel, die so um die Ecke ist. Ah, und jetzt ist die Verkehr drum. Und jetzt ist alles Verkehr drum. Hä? Jetzt hast du auf einmal so eine Couch so mitten im Raum stehen, weil da auf einmal so ein Winkel so reinragt und so. Also manche Sachen funktionieren nicht mehr, manches geht nicht mehr so auf. Und früher hatten die halt eine Terrasse unten im Erdgeschoss und so. Und deswegen hatte man so eine große Tür da und so. Und jetzt ist es so ein bisschen anders, weil jetzt haben die Balkonen und so. Und also so ein bisschen so die Fenstersituation und so hat sich ein bisschen verändert. Und ja, auch in der Küche, das funktioniert alles ein bisschen anders und so. Aber trotzdem ist es so ein bisschen wie Parallelwelt. Und das fand ich irgendwie richtig merkwürdig. Ich finde das sowieso schon jedes Mal wild für mein Gehirn umzuziehen und so. Aber wenn man dann in eine Wohnung umzieht, die einfach genauso aussieht wie die alte, nur andersrum. Das muss ja richtig crazy sein. Ja, das ist... Und dann auch noch im gleichen Haus, aber auf der anderen Seite und so. Das ist irgendwie voll funny. Auch immer, wenn ich an der alten Wohnung vorbeigehe, ich gucke dann schon mal so ins Fenster hin. Ah, sind meine Eltern da oder nicht? Und dann merke ich so, ah, fremde Menschen. Moment, ja, fremde Leute da. Du mit so einem Fernglas. Und so einem Schnurri. Da stand ich so mit Tränen vor den Augen vor der Tür. Papi, bist du? Mama, Papa, wo seid ihr? Das war richtig traurig. Ja, aber das war merkwürdig. Ich finde umzieht schon komisch. Und man ist so nostalgisch, was alte Wohnungen und so was angeht, finde ich. So, in dem Zimmer früher bin ich groß geworden und so was. Und jetzt, hm, andere Wohnungen. Ja, komisch irgendwie. Aber ich glaube, das ist wirklich das Allergeilste, dass wenn man umziehen muss, im gleichen Haus umzieht. Ich glaube, das ist so ein chilliges Leben. Das stimmt. Ein Punkt kommt noch dazu. Meine Eltern, die hatten früher einen Freund in unserem Haus. Der hat auf der Seite des Hauses gewohnt. Also die Wohnung war genauso geschnitten wie die jetzt von meinen Eltern. Und das war halt so ein älterer Mann. Und der war so ein bisschen in unserer Familie, so ein bisschen wie mein Opa fast. Weil der war immer so Weihnachten und zu so Festen, so Geburtstagen, so immer da. Und meine Mutter hat ihm viel im Haushalt geholfen, für den mit eingekauft und so. Und der hat früher viel gemalt. Ich habe bei dem so malen gelernt und solche Sachen und so. Also so ein netter älterer Mann und so. Ist halt mittlerweile schon ein paar Jahre tot und so. Und ich war aber viel bei ihm oben in der Wohnung und mochte ihn gerne und so. Und jetzt sieht die Wohnung von meinen Eltern aus wie seine alte Wohnung. Aber da stehen die Möbel von meinen Eltern drin. Was ist denn hier los? Aber es ist nicht genau die Wohnung, sondern woanders. Nee, andere Etage und so. Aber genauso geschnitten, sieht genauso aus. Also wenn man drin ist, ist... Ja, und das... Ich bin eine Banane geworden. Ja, das glaube ich. Das hat sich richtig komisch angefühlt, ey. Boah, das ist so cool irgendwie. Ja, das war wirklich cool, ey. Aber die hatten ja voll Glück auch, dass da genau da eine Wohnung frei geworden ist und so. Ja, also ich meine, die sind nach dem... Die sind ja umgezogen, weil bei meinen Eltern eingebrochen wurde und so. Und die waren noch ein paar Monate in der Wohnung. Und dann wurde halt was frei. Und da hat sich meine Mutter direkt gemeldet. Meint sie, ja, können wir die haben und so. Und dann haben die natürlich auch dann gar keine anderen Leute mehr gesucht. Und so meint sie, ja, geht klar, können die einfach haben und so. Geil. Boah, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, wegen dieser Einbruchsgeschichte. Gestern, ich habe noch nie einen echten Hausbrand gesehen. Ah. Und ich habe gestern zum ersten Mal einen echten Hausbrand gesehen. Der hier bei dir zählt nicht, oder was? Mit deinen Nudeln oder was da drauf war. Nee, es hat ja nicht gebrannt, da war ja kein Feuer. Aber haarscharf. Ja, okay. Das war der Qualm ohne die Flammen. Ich glaube, es geht auch mir darum, dass die Feuerwehr nicht kam. Ja, okay. Ich glaube, das ist eher, weil ich bin gestern nach Hause gegangen. Komplett quatschigen Weg. Ich dachte, ich gehe mal so, weil es war schon dunkel. Und ich dachte, ich gehe mal den Weg, den ich sonst nicht gehe, weil da ist es bestimmt beleuchtet. Nee, es war noch dunkler und noch gruseliger. Und dann sehe ich so Blaulicht halt schon vom Walpen, weil es schon so voll dunkel war. Da wurdest du schon geil, oder? Hast du schon die Kamera gezückt. Ich dachte halt so, shit, ist das, brennt unser Haus. Das ist halt so mein erster Gedanke. Weil die Feuerwehr war auch so in dieser Straße und sowas. Richtiger Egoisten-Sau. Erst mal wieder nur an sich denken. Ich hoffe, mein Haus brennt. Und dann habe ich aber auch schon so die Rauchwolken gesehen und den Qualm. Nur im Altenheim nebenan. Glück gehabt. In diesem Haus da direkt an der Kreuzung, was so ein bisschen sketchy aussieht, was irgendwie so nicht zuzuordnen ist. Dieses mit den, keine Ahnung, 5, 6 Stockwerken. Da hat es gebrannt, ganz oben. Und da standen so viele Leute und so viel Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen, alles, die komplette Straße gefühlt evakuiert. Die standen bis hier vor meiner Haustür in der Schlange und haben sich das angeguckt und so. Das war echt krass. Und da kam es richtig, man konnte auch so in die Wohnung reingucken, als die dann gelöscht hatten. Das war komplett alles schwarz und so, voll gerust. Und die Leiter wurde auch so bis zur Wohnung gefahren und so. Das war echt krass. Ich hoffe, dass nichts irgendwie dolle Schlimmes passiert. Aber wenn man da heute lang geht, weil dieses Haus ist ja sowieso ein bisschen abgeranzt. Ich weiß nicht genau, warum. Heute hat es da gespukt, merkwürdigerweise. Heute sah es besser aus als gestern. Also heute sah es noch besser aus als uns. Ich dachte halt immer in diesem Haus, ich dachte halt voll lange, das wäre ein Puff. Aber ist es, glaube ich, nicht. Also wenn man Puff kommt, findet man es nicht. Aber da ist irgendwie so eine Massage oder so. Wenn man das auf Google Maps gibt, ist es so eine Massage. Da dachte ich so, vielleicht doch ein Puff. Ja, was für eine Massage? Also steht da irgendwas dran? Nee. Ach so, Akupunktur so mäßig. Okay. Aber das ist so spezifisch irgendwie. Nicht typisch Puff mäßig, würde ich sagen. Aber ich würde auch nicht da zur Akupunktur gehen, in diesem sketchy Gebäude irgendwie. Ja. Aber das war voll krass. Irgendwie fand ich das so, es hat mich ja nicht persönlich betroffen. Aber betroffen gemacht. Ja, ich fand es irgendwie voll gruselig so, dass ja wirklich einfach... Dinge können brennen. Ja, dass einfach sowas passieren kann und du passt einmal nicht auf und auf einmal steht deine Wohnung in Flammen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Nee, das ist wirklich das Schlimmste auf der ganzen Welt. Boah, ich habe vor zwei Tagen bei Kleinanzeigen so einen riesen Kleiderschrank abgeholt. Das war eine richtige Schlepperei. Boah, wenn jetzt die Wohnung abbrennt, wäre ich richtig sauer. Es war so viel Arbeit, ehrlich. Wo steht der Kleiderschrank? In diesem kleinen Mini-Kackzimmer. Ah. Abstell, so ein halbes Zimmer, wo eigentlich nur so Klamotten und Staubsauger und Kisten stehen und so. Geil. Ja. Aber ja, wenn das abbrennt, ey, dann wäre ich sauer. Kannst du mir ja nicht. Wie viel hat das gekostet? Der Schrank 100 Euro. Das ist ein Riesen-Oschi. Ah, okay. Das war ein Schnapper. Boah, richtig mies, ey. Auf Kleinanzeigen, ich habe nie Glück. Letztens hat mich ein Typ angeschrieben für was? Was, also für ein Keyboard. Ich habe mal ein altes Keyboard drin. Und das ist eigentlich in voll dem guten Zustand nur. Das Einzige, was kaputt ist, ist der Stecker. Weil beim Umzug ist da irgendwas Schweres draufgegangen. Und jetzt sind diese Nupsis vom Stecker halt so verbogen. Also man kriegt es nicht mehr. Hat sie ausgenupsied. Ja, hat sie ausgenupsied. Und ich traue mich halt nicht, das wieder gerade zu biegen. Und dann dachte ich, ich verkaufe das einfach. Und sage, der Stecker ist kaputt. Mach einen neuen Stecker da rein. Keine Ahnung. Und dann hat mir ein Typ geschrieben. Und meinte so, für 60 Euro hole ich den heute noch ab. Und ich war so, ich habe bei 150 angefangen. Mittlerweile bin ich bei 80 VB. Ja, mein Gott, wenn du ihn heute noch abholst, dann gönn dir für 60 Euro. Meinte ich so, ja, okay, wann? Meinte er so, ja, so ab 17 Uhr oder irgendwie sowas. Und dann war ich so, okay, geil, bis später. Und dann wurdest du gehostet. Ja, und der Typ ist bis heute nicht gekommen. Das war von einer Woche. Scheiße. Und ich habe mich so gefreut auf die 60 Euro. Mein scheiß Keyboard, das eigentlich viel mehr Geld wert ist. Kleine Anzeigen ist so eine Rotze immer. Scheiße. Ich habe den Schrank abgeholt. Ich bin mit so einem Miles-Auto. Da kann man ja auch so Transporter und sowas mieten. Und es hat viel länger gedauert als gedacht, weil dieses Ding unendlich schwer war, riesengroß. Und ich musste das aus dem ersten Stock aus so einem kleinen Häuschen runterschleppen, durch dieses scheiß enge Treppenhaus und so. Ich war danach einfach völlig tot. Warst du alleine? Nee, mit meiner Freundin. Also wir waren so 1,2 Personen, sage ich mal. Also da wurde nicht viel geholfen. Sagen wir es mal so. Ich habe das pretty much allein gemacht. Und es hat unglaublich lang gedauert. Ich dachte, okay, halbe Stunde zum Einladen. Ja, Quatsch. Hat zweieinhalb Stunden gedauert. Ich hätte weniger als eine halbe Stunde zum Einladen geplant. Es waren unglaublich viele Teile. Unglaublich groß und fucking schwer. Was ist das für ein Schrank, Alter? Das ist ein richtiger Oschi. Du musst mir mal ein Foto schicken. Ja, schicke ich dir. Der Raum ist voll mit dem Schrank. Der Raum ist nur noch ein Schrank. Ding, jedenfalls, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, unser Auto von Miles, schöne Grüße, war kaputt. Man konnte es nämlich einfach nicht mehr abschließen. Das hat die ganze Zeit angezeigt, Tür ist nicht zu. Die Türen waren natürlich zu. Ich habe die zugemacht und wollte in den Parkenmodus aktivieren. Und das Auto ging die ganze Zeit auf und zu und auf und zu automatisch und ließ sich nicht abschließen. Und dachte, okay, bin ich mal gespannt, was das nachher gibt oder so. Weil man bezahlt ja eigentlich fürs Parken so Gebühren pro Minute und so. Jedenfalls musste ich dann nachher, habe ich den Wagen vollgemacht, bin zu uns nach Hause gefahren, habe alles ausgeladen und dann den Wagen weggebracht. Und dann habe ich ungefähr wieder so 20 Minuten zum Abschließen gebraucht des Wagens, weil ich so genau den Moment abwarten musste, wo die Türen kurz abgeschlossen waren und das Auto das nicht automatisch aufgemacht hat und mich dann in der App ausloggen musste. Und dann ging es irgendwann, weil die App hat sonst die ganze Zeit gesagt, ja, sie können sich nicht abmelden, die Türen sind nicht abgeschlossen oder so. Irgendwann ging es jedenfalls und sagte, okay, es wird jetzt schweineteuer irgendwie, weil die denken, ich war die ganze Zeit unterwegs. Hä, dann haben die einfach nur sechs Minuten Parkzeit berechnet, weil die dachten, wir sind die ganze Zeit im Auto unterwegs, weil sich da irgendwas getan hat. Richtig geil, wir waren einfach fünf Stunden unterwegs oder so. Und wie viel hast du bezahlt, am Ende? Ich habe am Ende 45 Euro gezahlt, dafür, dass ich einen halben Tag in diesem Ding unterwegs war. Das war richtig wenig. Ich dachte, das kostet 150 dann. Ja. Miles, nicht nachforschen, nicht nochmal eine Rechnung stellen anschließen, bitte. 45 Euro, alles hat seine Richtigkeit. Wie ich gerade zu dir gesagt habe, ich hätte weniger als eine halbe Stunde eingerechnet. Dabei hatte ich doch auch so einen Horror mit Miles und diesem Tisch, als ich den vor Kleiderzeichen abgeholt hatte. Dieses Mini-Ding da, ja. Das war doch auch so ein Ding, wo ich auch dachte, am Ende bin ich 100 Euro los und dann waren es irgendwie so 30 oder so. Ja, das war schon geil. Aber was war der Horror damals? Du wolltest das in einen Pkw kriegen, oder? Ja, aber in den großen, in so einen Kombimäßigen. Aber nicht auseinandergebaut, sondern in so einem ... Nee, in dem Zustand. Und ich dachte, man kann das so diagonal quasi hinlegen, aber es hat so um so ... Das sieht schon aus, als würde das nicht in einen kleinen Pkw, also auch nicht in einen großen Pkw passen. Das war ein großer. Ja, in so ein Audi oder so. Ja, aber weißt du, wie viel gefehlt hat? Ich glaube so vier Zentimeter. Also wirklich nicht viel hat gefehlt. Und dann musste ich ja noch dieser armen, armen Frau bei Kleinanzeigen so, hast du noch einen Schraubenzieher? Passt nicht ins Auto. Dann hatte sie keinen Schraubenzieher. Dann musste sie im Keller nach einer Werkzeuge ... Dann war ich so, wie soll ich dir das wieder zurückgeben? Sie so, behalt das Werkzeug einfach. Ah, wow. Du bist nicht einfach, ey. Du hast richtig Bonus gemacht, Alter. Aber mir ist auch aufgefallen, die hat mich ein bisschen über den Tisch gezogen, aber da haben richtig viele Schrauben gefehlt. Ähm, na ja. Hä, in meinem Schrank sind noch voll viele Schrauben und sogar so Böden übrig. Ich denke so, hä, wo sollen die hin, weil das Ding steht. Das habe ich aber auch bei ... Ich habe so einen richtig alten, wie heißt die, Alibert-Badzimmerschrank. Ah, hast du mir mal erklärt, was das ist? Ja, das sind auch so ... Habe ich anscheinend auch. Was? Sowas habe ich anscheinend auch. Ja, genau. Und da sind auch so richtig viele Böden noch so übrig, wo ich mir so denke, wie viele kleine Minifächer soll man denn in diesen Schrank machen? Was soll da denn reinpassen, wenn jedes Fach nur so drei Zentimeter hoch ist? Ja, was tut man dann da rein? Was kann man da rein tun dann? In so ein kleines Ding? Ja, also stell dir vor, du machst alle 80 Böden da rein. Ja, kann ich meine Zahnbüsse einfach so hinlegen? Ja, aber nur so seitwärts, weil die Borsten können nicht nur aufrecht stehen. Du kannst das seitlich reinschieben. Ich kann meine fast leere Zahnpasta-Packung, kann ich da dann so ganz ... Ja, die musst du so halb leer quatschen und dann kannst du so reindrücken. Und dann slidet das so richtig geil rein, wie die Boxen von Apple, wenn du so ein neues iPhone holst. Weißt du, die passen so richtig geil ineinander an. Boah. Und dann kannst du so richtig ... Mein Freund hat ja jetzt einen normalen, erwachsenen Menschenjob anscheinend und hat sich ... Peinlich. Was? Peinlich. Ja. Peinlich, wenn man sich einfach die Sachen kaufen kann, die man haben will. Der hat sich nämlich gestern Airpods gekauft. Und ich war die ganze Zeit dagegen. Ich dachte so, boah, es gibt ja genauso gute Kopfhörer, die ... Keine Ahnung, 200, 300 Euro weniger kosten, aber qualitativ genauso gut sind. So von Bose oder von ... Was ist denn das andere? Sony oder so. Und war halt so, ja ... So ist das wirklich nötig, so diese Hunderte von Euros mehr. Was müssen wir denn investieren für so Airpods? Ich dachte 800, aber mittlerweile kosten die irgendwie 500, 600 so. Ja. Und so diese Bose-Geschichten und so, die kosten, glaub ich, so 300, 400. Ja. Und dann war er die ganze Zeit so, nee, er glaubt halt, er wär so in the long run einfach glücklicher mit denen, weil er auch mag, wie die optisch aussehen und weil er hat ja auch ein iPhone, das so eher kompatibel ist, dies, das. Und ich war die ganze Zeit so, naja, ist halt dein Geld, wenn du unbedingt willst, keine Ahnung. Geld aus dem Fenster schmeißen, mach doch. Und dann kamen diese Airpods an. Schon passiv-aggressiv, ja. Ja. Und dann kamen diese Airpods an. Mach halt. Und wirklich, dann haben wir ein Unboxing gemacht und ich war instant so, oh mein Gott, sind die geil. Oh mein Gott, die sind auch 1000 Euro wert. Oh, fühlen die sich cool an. Oh, sind die hübsch. Oh, glänzen die schön. So wirklich, ich bin der letzte peinliche Honk einfach. Also, darf ich die auch mal aufsetzen? Darf ich mir die mal ausleiten? Das ist wirklich so peinlich, ey. Ja, wirklich. Hä, sind das diese großen oder die großen Dinger? Die sind wirklich deutlich geil, als ich dachte. Die sind voll cool. Die fühlen sich auch so voll gut an am Kopf und so. Mein Gott, ey, mach doch Werbung, ey. Ich wünschte, Apple würde mich bezahlen dafür. Aber die sind echt, die sind auch so voll schwer. Das ist halt das Krasse. Es ist das geilste Produkt am Markt. Ja. Die sagen, die sind immer bei Löwenanteil. Ich kriege mal die Werbung rein. Kennst du auch? Die haben die meisten Proteine am Markt. Am Markt. Das nervt mich voll. Ich hasse die Werbung. Ich kenn die gar nicht. Ehrlich? Kriegst du nicht immer diese Löwenanteil-Werbung rein? Nee. Löwenanteil. Keine Ahnung, was ich denn sagen. Keine Ahnung. Aber die nerven. Boah, weißt du, ich hab ... Aufhören damit. Hört auf. Ich hab HelloFresh für Hunde entdeckt. Ah. Man kann jetzt auch so ... Es ist wirklich ... BelloFresh. Ja, wirklich. Nee, das heißt ... Na, das heißt nichts Cooles. Das heißt so Tales.com oder so. Ah. Da krieg ich immer Werbung für. Und dann kann man halt auch genau wie bei HelloFresh auswählen, wie viele Mahlzeiten die Woche, was für Präferenzen, auf was möchte man achten und so. Und das ist so komisch günstig, dass ich mich nicht ... Ich wollte das wirklich mal testen für so ein paar Wochen. Aber es ist so günstig, dass ich dachte, das kann nicht okay sein irgendwie. Ja, dann lieber mehr Geld ausgeben und dem Hund irgendeinen Dreck geben. Oder ich dachte halt, vielleicht ist auch so eine Abo-Volle und so nach zwei Wochen ist es auf einmal viermal so teuer. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja, kann sein. Also ... Tales klärt uns auf. Ja, wirklich. Krass. Ich hab letztens einen Promi gesehen. Hier in Hamburg. Tanzverbot. Nee, ich kenn den nicht und ich würd den nicht erkennen. Ich hab den Mann fast mit dem Fahrrad überfahren. Der ist einfach völlig autistisch auf dem Fahrradweg gelaufen und hat so in sein Handy geguckt. Und dann bin ich so fast über ihn drüber gebrettert. Ja, das war's. Und woher weißt du, dass das der wirklich war? Ja, ich bin Fan. Abonniert natürlich. Ah, wirklich? Nein, Quatsch. Aber ich kenn den halt so aus ... Ist Tanzverbot der, der immer so ausrastet? Kann sein. Der so sagt ... Ach, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob der ... Ja, kann sein, dass der auch immer so Ausraster hatte. Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so mega vertraut mit seinem Zeug. Okay. Ich hätt ihn nur fast überfahren. Okay. Da hätt ich einen Ausraster live mitbekommen. Ja, wirklich. Und eine Anzeige. Ja. Das war witzig auf jeden Fall. Ich hab auch einen Promi-Moment gehabt. Und der hat mich viel mehr berührt, als ich wollte. Also, das hat mir gestern so den Abend versüßt. Und es war einfach ... Ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall, ich hör ja einfach seit Monaten nix anderes außer diesen Hunde-Podcast. Von diesen zwei Hundetränen. Ja, es ist einfach wirklich richtig peinlich. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Wie viel Hunde-Content können die überhaupt raushauen? Also, wirklich, ich liebe die beiden absolut. Auch ganz ehrlich, wenn die mir ihre Einkaufsliste vorlesen würden, ich würde denen zuhören. Ich mag die so gerne wirklich. Die haben mich auch ... Ich wurde auch letztens outgecallt. Die machen immer mal wieder eine Folge, die nennen das Schwarze Stunde, wo die nur darüber lästern, wenn sie so beschissene Kunden hatten und was sie gar nicht verstehen und was sie voll dumm finden. Und dann hat die so gesagt, ich find das so dumm, wenn sich Leute ein Tattoo von ihrem Hund machen lassen. Und ich war so ... Wer macht denn so was? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Naja. Dann direkt deabonniert. Ja, wirklich. Hate mach ich. Quatsch nicht deabonniert. Direkt weggelasert. Ein Tattoo wieder entfernt. Ein Problem gelöst. Aber die gehen auf Tour und ich versuch hier die ganze Zeit Menschen in meinem Freundeskreis so zu ermutigen. Für diesen scheiß Podcast zu begeistern. Ja, weil ich bin nicht alleine. Ich trau mich immer nicht, Dinge alleine zu machen. Und dann haben die halt gestern irgendwas zur Tour gepostet und dann hab ich halt so kommentiert, ich würde voll gerne nach Hamburg, aber ich finde keinen, der mit mir geht. Ich trau mich nicht alleine. Weil ich ja dachte, irgendwer, der auch in Hamburg wohnt, kommentiert dann vielleicht so. Keiner. Keiner hat kommentiert. Niemand will mit dir. Ich hab wirklich nur gehofft, dass jemand sagt, hey, ich bin auch in Hamburg, vielleicht können wir uns nebeneinander setzen oder irgendwie sowas so, ne? Und dann haben die beiden vom Podcast haben kommentiert, hey, schick uns eine E-Mail an so und so und dann reservieren wir dir einen Platz direkt vor der Bühne. Dann bist du nicht alleine, sondern mit uns da. Und das fand ich irgendwie voll süß. Und das fand ich so süß. Ich hab ja noch kein Ticket gekauft, aber ich glaub, ich kauf mir jetzt wirklich ein Ticket und ich glaub, ich schreib dem wirklich eine E-Mail und ich geh dann da alleine hin. Oh, das ist nett. Weil ich fand das so voll lieb von denen. Ja. Also ich bin ja oft allein zu Konzerten immer gegangen und so. Das mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber das allein zu so einer Podcast-Aufzeichnung, das wär, glaub ich, schon unangenehm, weil da ... Ich hab das Gefühl, da steht man halt unter Beobachtung. So beim Konzert, okay, da fliegen eh alle Leute durch die Gegend, da weiß man eh nicht, wo man hingehört, scheiß drauf oder so. Aber wenn man so alleine sitzt auf dem Stuhl, dann sitzt man in der ersten Reihe und die ganze Halle guckt von hinten auf deinen Hinterkopf und denkst, hä, was macht die Bitch da alleine? Das ist wie bei einer Comedy-Show, da denk ich auch so, dann macht irgendwer so hier so Publikumsscheiße und dann fragst du mich, und mit wem bist du heute da? Genau so war's ja bei mir, ey. Alleine. Die hat auch noch, das fand ich so geil, die hat dann noch extra in dem Kommentar auch so geschrieben, aber keine Sorge, wir binden dich nicht in die Show. Also noch so Disclaimer, du musst aber keinen Publikumskontent-Quatsch machen. Und dann dachte ich so, geil, ey. Doch, du kommst im Hundekosplay an. Ich komm als Maskottchen einfach. Haben die so einen Gruß oder irgendwie sowas? Nee, die nennen, die haben, der Name für die Fans ist Stundi. Ah, die Stundis, ja. Ja, die Stundis. Und dann sagen die so, brüllen alle so im Publikum so, Stundi, ahoi! Oder irgendwie so. Nein. Wuh, wuh, wuh. Machen so die Öhrchen oder irgendwie sowas. Und du so in der ersten Reihe. Nee, ich glaube nicht. Das Ganze wird gefilmt, ey. Und dann bist du im Internet. Das ist ein Traum einfach. Das ist ein Traum, ja. Nee, aber ich glaube, ich mache es wirklich. Ich glaube, ich würde mich halt voll ärgern, wenn ich das verpasse, nur weil ich mich echt nicht traue, alleine hinzugehen. Ich habe schon so oft Sachen nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Also nicht, weil ich mich nicht getraut habe, sondern weil ich mich nicht getraut habe, alleine das zu machen. Ja. Und das war, also wenn ich es mal gemacht habe, war es nie schlimm. Das ist so wie mit Kino und so. Manchmal ist es so, dass ich einen Film unbedingt gucken will. Kino kann man gut alleine machen, finde ich. Ja, Kino bockt eigentlich voll alleine irgendwie. Das geht klar. Ja, also besonders, wenn halt der Seinig rappelvoll ist, ey. Ja. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal alleine gemacht. Das war eigentlich auch immer ganz cool. Ich finde auch, Kino ist irgendwie ganz nett alleine. Ja. Musst du dir das Gelaber von den anderen Scheißleuten nicht anhören, die sich zwischendurch irgendwas fragen. Mal das Popcorn alleine. Snack, snack, snack. Schmatz, schmatz, schmatz. Die Leute lieben das. Schmatzi. Nee, das mag ich auch ganz gern. Ja. Okay. Wie sieht es denn noch mit unseren Themen hier aus? Ich glaube, ich habe noch voll viele Sachen, die ich noch gar nicht gesagt habe, ey. Ja, erzähl doch mal. Ich habe eine Sache mir jetzt aufgeschrieben. Ich war eben mit dem Penny, so noch so Restwochen-Einkauf, so fürs Wochenende. Und dann war da so, kennst du dieses Oxy-Waschmittel-Pulver, was man halt so zu weiße Wäsche macht? Ich glaube, das ist einfach Bleach oder so, dass die Wäsche halt wieder weiß ist. Das macht man halt so gegen die Flecken, aber es ist nicht einfach nur Waschmittel. Ich glaube, das ist extra so ein Flecken-Entfernerzeug. Ja, kommt zum Punkt. Sorry, meine Flecken-Sachen sind alle geworden, weil es die ganze Woche 27 Grad waren und da habe ich einfach jeden Tag Wäsche gewaschen. Ich dachte so, ich nutze das warme Wetter und das trocknet direkt. Oh, ich habe die ganze Woche nicht gewaschen. Jetzt habe ich so einen Berg Wäsche zu Hause. Das ist so ein Problem, ey. Und morgen ist nicht mehr so krass heiß. Aber dann richtig geil auf dem Balkon und das hat gebrutzelt. Das war nach einer Stunde, war alles trocken. Das war der absolute Traum. Das ist geil. Und dann dachte ich so, ah, geil, das war im Angebot, das war bei diesen Angebotssachen auch noch. Dachte so, geil, ich nehme das mit. Meins ist alle gegangen. Rat mal, wie viel es gekostet hat. Wie viel Dram? Eine Packung. Keine Ahnung. Ein Kilo? So eine Dose. Im Angebot? Ja, im Angebot. Ich habe das Produkt noch nie gekauft. Ich habe keine Ahnung. Spoiler-Alarm, ich habe es nicht gekauft dann. Ah, dann sage ich 18 Euro. Nee, okay. Ich habe keine Ahnung, Mann. Neun Euro hat es gekauft. It's a banana, Michael, how much can it cost? Kennt ihr dieses Meme? Twelve Dollars? Ja, einfach das, ey. Oder wo Bill Gates so bei The Ellen Show war. Das kenne ich auch. Wie Toilettenpapier kostet. Äh, 32 Dollar? Nee, es hat neun Euro gekostet. Das war mir zu viel für Waschmittel. Und nicht mal Waschmittel, sondern Fleckenentferner. Ja, pretty much, was Waschmittel machen sollte. Fleckenentferner, oder? Ja, und dafür habe ich jetzt einfach für immer fleckige weiße T-Shirts. Das ist auch okay, oder? Ich hoffe eh nicht. Für neun Euro kannst du jetzt deine ganze Wäsche wegschmeißen, weil die halt völlig verdreckt ist. Ja. Oh, mein Gott. Und das war im Angebot. Aber wie hast du es denn sonst gekauft, wenn es jetzt schon im Angebot und dir zu teuer ist? Was hast du sonst gemacht? Oder hast du einfach nicht veröffnet? Mein Fleckenzeug, das habe ich, seit ich in Hamburg wohne, das ist jetzt alle gegangen. Also das habe ich wirklich sieben Jahre schon. Krass. Das zeigt, was du für ne ekelhafte Sau bist. wirklich, ey. Bist du ne Weichspülermaus? Nee, habe ich aufgehört. Ich war früher ne Weichspülermaus. Wegen Umwelt? Oder weil es so doll riecht, oder sowas? Nee, weil ich das Gefühl hatte, dass, nee, ich liebe, wie das riecht, aber ich hatte das Gefühl, dass meine Klamotten davon schneller kaputt gehen. Ja. Bist du ne Weichspülermaus? Ich bin ein bisschen ne Weichspülermaus, aber ich kriege das immer verboten von meiner Freundin, weil die mag nicht, wie das riecht. Ich meine, die kriegt da Kopfschmerzen von. Vielleicht mal einen anderen Weichspüler holen, oder? Sehe ich nicht an. Ich liebe, wie das riecht. Ich vermisse das voll und ich habe auch schon gehört, dass so Leute sich so Weichspülern ein bisschen mit so Wasser gemischt in so eine Sprühflasche und damit dann einfach so im Nachhinein ihre Klamotten einsprühen, damit die genauso riechen, aber halt der schlechte Effekt quasi nicht da ist. Oh, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so gut für die Haut, dieses Zeug, oder? Ja, das kann auch sein. Ja, weiß auch nicht, das wäre so geil. Ich mische immer so ein bisschen was mit rein, weil meine Freundin das eigentlich nicht haben will. Darf die nicht erfahren. Hoffentlich hört sie es nicht. Deswegen so kleine Mengen mache ich immer rein. Aber es ist ja, glaube ich, auch wirklich schlecht für die Umwelt, oder? Ja, also die Umwelt, ganz im Ernst, da ist nicht mehr viel zu machen, sage ich. Also ich presse jetzt alles raus aus der scheiße Umwelt. Ja, wirklich, ey. Weichspüler ist schon, vermisse ich manchmal. Das krasseste ist, ich bin ja so ein Helikopter-Elternkind und mir wurde ja nie beigebracht, wie man Wäsche wäscht und so. Weil das wusste ich auch nicht. Ja, und weißt du, wozu du es geführt hast? Das erste, die ersten, ich glaube, das erste Jahr, würde ich sagen, das erste Jahr, wo ich in Hamburg alleine gewohnt habe, wusste ich nicht, dass Waschmitte und Weichspüler zwei verschiedene Sachen sind und habe meine Klamotten nur mit Weichspüler gewaschen. Das ist aber auch eine Sache, die man mit Google ganz schnell herausfinden könnte. Aber ich habe es halt nicht in Frage gestellt. Warum auch irgendwie? Da steht ja auch manchmal so Weichspüler für Schwarze, Weichspüler für Bunte und so. Da dachte ich so, ja, wird schon Waschmittel sein, oder? Und macht es halt ein bisschen weicher. Ich finde, das ist auch eine Sache, die muss man nicht unbedingt von den Eltern beigebracht bekommen, oder? So Wäsche waschen klappt auch intuitiv schon halbwegs gut. Nee, anscheinend ja nicht. Da steht drauf Wolle, ja, okay, dann wasche ich damit Wolle. Oder da steht drauf Feines, dann wasche ich damit Feines, keine Ahnung. Machst du das wirklich? Trennst du echt so krass deine Wäsche? Nee, eigentlich nicht. Ich trenne eigentlich immer nur, ich trenne eigentlich immer nur in hell und dunkel. Krass. Warte, war das denn dran krass? Und ja gut, und so andere Sachen, die halt höhere Temperatur erfordern, also so Bettwäsche und Handtücher und so, die mache ich auf hohen Temperaturen noch und so und so, ja. Früher habe ich nach Temperatur getrennt und nicht nach Farbe. Bis ich irgendwann, weil ich dachte, das ist Quatsch. Bis ich irgendwann einmal nach Farbe getrennt habe, also schwarz, weiß und bunt. Game Changer. Und dann war ich so. Plötzlich keine roten T-Shirts, weißen, keine pinken T-Shirts. Ey, auf einmal waren meine ganzen grauen Klamotten wieder schwarz. Ey, das war richtig geil. Ja. Und seitdem trenne ich halt nach Farbe und dann noch halt Handtücher, Bettwäsche und dann noch Wolle. Wolle mache ich jetzt auch extra. Wolle habe ich halt nicht so viel. Also da habe ich, da muss ich nicht viel sortieren. Ja. Okay. Irgendwas? Wollen wir vielleicht mal in die Top 3? Ich habe so viel zu erzählen. Komm, erzähl doch mal was. Ich weiß nicht, wer fauler aussieht. Du oder dieser scheiß Köter da. Hey, der darf mal sein Leben chillen. Dem habe ich vorhin die Krallen geschnitten, das hat ein bisschen geblutet. Der darf jetzt nicht alles erlauben, weil ich dem aus Versehen hier einen Nerv reingeschnitten habe. Perfekt. Aber der hat sich gar nicht zu Wort gemeldet, weil der war so damit beschäftigt. Ich mache ihm dann immer so einen Schleckteil, um ihn abzulenken. Ja. Und wirklich, ich schneide dem in einem Nerv rein, es blutet wie Sau. Er so, mh, Leberwurst, lecker. Hat den gar nicht gejuckt einfach. Naja, auf jeden Fall. Aber so ein richtiger ADHS-Hund. Du hältst mir irgendwas anderes hin, dann blendet dir alles aus. Aber ich habe ja, wie auch Podcast-Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich gemerkt haben, eine Wohnung im Haus, die renoviert wird. Ja. Und ich und der Klempner, wir sind mittlerweile so, Alter, ich und der Klempner sind per Du, weil ich denen ständig irgendwas fragen muss, weil ich immer nicht mitkriege, wenn Wasser abgestellt wird. Und die haben jetzt gestern wieder Wasser abgestellt oder so, glaube ich. und die dachten halt, hier sind ja zwei Häuser nebeneinander, aber es sind ja schon einzelne Häuser. Also klar, die sind Wand an Wand, aber die sind ja gar nicht, auch nicht parallel oder so, die sind ja auch so leicht versetzt. Und dann haben die halt bei uns hier die Hauptwasserleitung ausgemacht für ein paar Stunden, haben allen Leuten Bescheid gesagt, weil die die Rohre neu machen. Und dann kam anscheinend nach ein paar Minuten ein alter Mann komplett wutentbrannt, angerannt, schreiend, hat halt die Tür eingehämmert. Und ich muss sagen, dieser Klempner, der ist zwar relativ jung, aber der gibt keinen Fick. Dem ist alles so scheißegal. Das ist richtig geil. Also geile Handwerker, ey, das ist schon geil. Der ist so cool. Ich wünsche dir, wäre so cool wie der. Wie kann man so viel Selbstbewusstsein haben? Ja, echt richtig geil. Dem ist wirklich alles scheiße geil. Der macht einfach sein Ding. Und dann ... Ich meine, der hat das wahrscheinlich auch schon tausendmal erlebt. Was soll der auch machen? Der muss halt das Wasser abschalten. Das kann echt sein. Hat ja keine andere Wahl. Aber es kam halt ... Die sagen ja immer extra Bescheid und so. Der ist auch für nett. Der Klempner selber kommt immer hoch und klopft und sagt Bescheid, wenn es ausgemacht wird. Und der sagt Bescheid, wenn er es wieder anmacht und so. Also voll lieb. Und dann ... Richtiger Ehrenklempner, Alter. Wirklich Ehrenklempner. Da kam vom anderen Haus halt ein Typ, weil die haben dem anderen Haus natürlich nicht Bescheid gesagt, weil die halt nicht gedacht hätten, dass beide Hause über die gleichen Wasserleitungen verbunden sind. Dann haben die halt ... So viel wusste der Klempner dann doch nicht. Ja. Kann ja keiner mit rechnen. Ja, kann wirklich keiner mit rechnen. Sei ihm gegönnt. Darf er mal. Darf er mal einen Fehler machen. Und dann haben die aber halt anscheinend auch für das komplette andere Haus das Wasser abgeklemmt, ohne das zu wissen. Und dann meinte der Typ, aber so ein alter Mann so, es fällt euch ein, das Wasser einfach so auszustellen. Ich war gerade am scheißen und jetzt stinkt mein ganzes Bad, weil ich nicht spüren kann. So richtig so. Und der Klempner war dann halt einfach so, ja, und was soll ich jetzt machen? Und er hat dann so richtig zurückgeschrien, so, was soll ich jetzt machen? Das Wasser ist halt aus. Mein Gott, die Ruhe sind offen. Was willst du von mir? Also der hat sich halt so richtig angeschrien. Das war so funny einfach. Ich kann ja beide Seiten verstehen, aber es war einfach so, hä, und jetzt? Das finde ich interessant. Also das finde ich schon eine lustige Geschichte, aber mich würde interessieren, was hättest du gegen den Gestank gemacht? Wärst du dieser alte Opa? Also stell dir vor, oh nein, gleich kommt auch noch Besuch. Jetzt habe ich hier den dicken Turret da in der Schüssel. Was kann man jetzt machen? Wie kriegt man das hin? Fenster auf, aber wie immer schon mal. Da wäre es halt mit einer Duftkerze gearbeitet. Das ist eine ganz klassische Fenster-Auf-Situation. Die Duftkerze, die so nichts bringt einfach. Bringt das was, ein Streichholz anzuzünden, wenn es stinkt? Ja, aber nicht, wenn es permanent stinkt, so den Geruch wegzutun, aber nicht, wenn der Grund für den Geruch noch da ist. Da brauchst du kein Streichholz, da musst du ein Lagerfeuer einfach anmachen, so in der Schüssel. Früher, ich hatte gerade so eine klassische Lösung, aber dafür brauchst du halt auch Wasser. Also früher, wenn wir im Urlaub waren, war das voll oft so, dass so in Ländern wie Thailand oder so, oder auch, keine Ahnung, Gran Canaria oder so, manchmal, dass halt die Spülung halt manchmal nicht ging und so, und dann wurde halt einfach so mit Wassereimern nachgekippt. Ja. Aber das kann man nicht machen, wenn Wasser angestellt ist. Wenn man Wasser hätte, das wäre dann richtig geil. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Eigentlich ist doch das Wasser schon in diesem Spülkasten. Man kann doch einmal spülen. Was hat der Opa da falsch gemacht, ey? Der wurde 18 mal spült. Verdauungsprobleme, ey. Wenn man Opa ist, ist das wahrscheinlich so, ne? Ja, das ist auch, wenn man Kai ist. Ich kenne das Gefühl, ja. Ich habe mittlerweile jetzt auch voll vom ganzen Bachelorarbeit Stress. Ich gebe ja, die Leute wissen es nicht, in drei Wochen meine Bachelorarbeit ab und mir geht es nicht gut. Nervöser Durchfall. Ich habe wirklich... Stressdurchfall. Ich habe wirklich Stressdurchfall und das jeden Tag. Aber warum ich so spät heute los bin? Gestresst und dann, ja, auf die Schüssel gefesselt. Und du als Profi hast wahrscheinlich gar keine Tipps, du lebst einfach damit, ne? Ja. Lifehack. Einfach, einfach damit leben. Aber es ist wirklich jeden Tag, es macht keinen Spaß mehr und ich weiß ja, dass es sehr stressig ist und auch die Tatsache, dass ich mich einfach wie ein Stück Scheiße ernähre mittlerweile. Aber was wollt ihr von mir? Ja. Was wollen die alle von mir? Soll ich denn auch noch frisch einkaufen und gesund kochen? Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht die Lösung sein für meine Verdauungsprobleme. Ja. Da muss sich vielleicht auch einfach mal der Damen dran gewöhnen, dass er jetzt halt mit Scheiße ernährt wird. Ja. Kommt klar, Junge. Ja, wirklich. Das ist Evolution, oder? Ist so. Ja, gibt's halt nur so Cheesy Balls oder wie heißt sie? Cheese Cracker oder so. Cheesy Balls. Cheesy Balls. Wir kennen sie nicht, ja. Aber es ist voll krass, weil ich hatte das voll lange nicht, aber so als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich auch die ganze Zeit nur Stressbauchi und so. Hm. Und ich hab's nicht vermisst. Sag ich, wie es ist. Man, man, das ist wie, wenn man erkältet ist, so man vergisst, wertzuschätzen, wie es ist, wenn man es nicht hat. Wenn man einfach nur gesund ist und keine Probleme hat, ey. Ja. Jeden Abend wird jetzt bei 36 Grad mit einer Wärmeflasche eingeschlafen, ey. Damn. Ja. Da hab ich richtig Mitleid. Für Hunde? Ist mir scheißegal, was mit dir ist. Ja, wirklich. Für Hunde, wenn die Durchfall haben, kocht man so eine Karottensuppe. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Ja. Ja, einfach mal so eine Hundesuppe fressen. Hm. Perfekt. Ja, das war richtig geil. Ja. Komm, wir gehen mal in den Top 3, oder? Oder hast du noch mehr von deinen langweiligen Drecksthemen? Nee. Ich dachte, du machst vielleicht ein bisschen Werbung dafür, dass du nächste Woche in einem fancy-schmancy Comedy-Club auftrittst. Boah, ich glaub ich nicht. Läuft auch so. Scheißegal. Nee, ich bin nächste Woche in München, spiel ein paar Shows in München. Lucky Punch und Dizzy Daisies. Oder so heißt Dizzy Daisy oder so. So eine kleine Bar. Ja, bin gespannt. Ist halt geil, freu ich mich drauf. Du hast mir ja letztens erzählt, also jetzt, ich schätze, vor zwei Wochen oder so war das, dass man gemunkelt hat, dass Felix Lobrecht einen Comedy-Club eröffnet und das hat er ja jetzt öffentlich auch gepostet. Ja. Ungefähr einen Tag, nachdem du mir das gesagt hast. Ja, also es wurde schon länger, also man wusste das in der Szene schon länger. Jetzt ist es official. Und ich weiß gar nicht, wie weit die da sind. Kann sein, dass jetzt schon die ersten Shows... und Instagram-Account. Ja, kann sein, dass jetzt schon die ersten Shows demnächst so stattfinden, so probemäßig oder so. Ja. Also Felix Lobrecht, Kai hat Zeit. Ja. Ich bin mal gespannt, ja. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Dann kann Kai nämlich seinen Hocker nehmen und so ein bisschen rumruckeln, bis die Leute anfangen zu lachen. Ja, das wird richtig teinlich, ey. Ja, das Bild, da musst du noch ein bisschen dran schrauben, ey. Ganz im Ernst. Ey, mit so Albernheiten zu bomben, das ist das Allerschlimmste. Ja, das kann nicht so sein. Vor allem, wenn die halt auch lang sind. Ich habe mir halt vorgenommen, okay, ich ziehe so lang durch, bis gelacht wird und so. Also das geht schon lang. Das ist wie mit, ja, naja. Wie mit? Ja, der Anfang von dieser Kohl-Geschichte, wo du auch meintest, wenn mein Kohl auch nur einen Lacher abkriegt, dann kann ich dir von den Steuern absetzen und dann einfach so stille, bis einer lacht. Ja, nee, das war, das ist weniger schlimm. Da rechne ich mit, dass an der Stelle nicht gelacht wird. Ich glaube so, ich würde einfach so aus, also auch wenn es nicht du wäre, wenn das jetzt ein Fremder-Comedian wäre, würde ich einfach so aus, nicht aus Reflex, Ja, aber ich würde mich so ein bisschen, hey, hey, ich wollte schon das richtig, ich wollte das richtig, richtig auf albern machen und hart durchziehen und richtig Lärm machen. Ich glaube, ich wäre in so einer, weißt du, wenn man so lacht, weil man nicht genau weiß, was passiert und so. Ja, diese Lache habe ich glaube ich auch abbekommen. Ja, verächtliches Lachen, ja, so, ja. Nee, nicht verächtlich. Ja, aber so ist es so, Fremdscham lachen. Ja, Fremdscham, ja. Aber du würdest gerne Humor lachen. Ja, ja, ja. Ja, naja. Verkackt. Ja, so ist es halt, wenn man es nicht kann, schade. Ja. Na komm, ey komm, wir gehen mal in den Top 3, oder? Ja. Okay, ich mache kein Geheimnis draus, diese Top 3 wurde vor ungefähr 30 Sekunden erfunden, bevor wir den Podcast losgelegt haben, oder? Weil wir haben ja gar keine redaktionelle Arbeit geleistet, sondern es war einfach kurz vorher ausgelaufen. Wir haben fast vergessen aufzunehmen mal wieder. Ja, echt, ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt wieder was habt, Leute, ey, kriegt euch ein. Übrigens, nächste Woche, keine Ahnung, wie wir es mit der Aufnahme machen, weil ich bin die ganze Woche in München. Wollen wir vielleicht auch so ein Podcast sein, der eine Sommerpause hat, weil ich bin ja auch bald im Urlaub und so für zwei Wochen. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wird es eine Sommerpause, Leute. Ich fände auch remote geil, wenn ich die, na, komm, komm. Habt ihr auch angeboten, dass wir letzte Woche remote machen? Ich weiß noch nicht wie, ja, müssen wir mal gucken. Wir können auch so Pilo-Sounds haben. Müsst ihr nicht jetzt besprechen. Unsere Top 3. Die Top 3, Dinge, die es in Deutschland geben sollte, die es woanders gibt. Ja. Hä? Da fallen dann bestimmt noch mehr Sachen ein. Ich gebe dir, mir ist aufgefallen, bei mir kann man alles konsumieren und deswegen habe ich noch eine Honorable Mention, die man hoffentlich nicht konsumiert. Grundsätzlich sind alle Top 3, ist bei uns, bei dir meistens Dinge, die man konsumieren kann. Ich kann ja auch so essen und so. Ja. Es ist wirklich enorm oft, irgendwas zu futtern. Naja. Dabei bist du so ein Picky-Eater. Ja, ich glaube genau deswegen. Da kommt das her, ja. Ja, bei mir sind das, bei mir ist es überhaupt, ja, ich habe eine Honorable Mention, die man essen kann. Oh, genau andersrum. Äh, leg du doch mal los. Mein Platz 3 ist ein Schokoriegel, der heißt Booster, glaube ich, Booster. Der Koffein. Nee. Ah, nee. Heißt der Energy Drink Booster? Es gibt doch diese Booster, das nehmen so Leute zu sich, die ins Fitnessstudio gehen, oder? Das ist wie so ein Espresso-Shot, so ein Ding, was ist so ein, wo die so aufgekratzt sind. So ein Amphetamin-Shot oder so. Ich glaube, vielleicht hast du ja Schokoriegel auch nur Boost, aber den gibt es auf jeden Fall nicht in Deutschland. Den gibt es, soweit ich weiß, nur in Großbritannien. Ah. Und den hast du wahrscheinlich auf deiner geilen London-Reise kennengelernt. Nee, den kannte ich schon vorher. Ah. Aber ich war, also ich hab den, ich war zum ersten Mal in London auf Klassenfahrt, so in der 9. Klasse oder 8. oder 9. Klasse so. Und da ist mir dieser Schokoriegel über den Weg gelaufen und seitdem konnte ich nicht aufhören, an ihn zu denken. Was macht der Geiles? Und der ist sehr ähm, dicht. Also so, der ist... Astronautennahrung. Ja, der ist so richtig vollgepackt. Also da ist, da ist nix mit luftig oder fluffig. Ja, ja, ja. Und der, da wird, ich mag, ich bin eigentlich kein Karamell-Fan, aber das Karamell ist so richtig in die Schokolade eingearbeitet. Also das ist nicht so wie bei einem Snickers oder so. Snickers oder Mars, wo so ein Flatschen drin ist. Sondern das ist richtig reingerotzt. Reingearbeitet. Das ist richtig. Der wird gerührt, ey. Das ist so krass einfach. Und ich, es ist so weit, dass wenn ich wusste, dass irgendwelche Leute von mir irgendwo in Großbritannien Urlaub machen, dass ich immer so war, kannst du mir bitte 20er Pack von diesen Schokolade mitbringen. Und als ich dann das letzte Mal in London war, weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, dass ich mal in London war. Ich glaube nicht. Das wäre mir entgangen. Da habe ich auch richtig, Habe ich schon mal erzählt, dass ich letztens irgendwie meinen ersten Auftritt in Berlin hatte. Von mir. Wie der überhaupt war, ne? Ja. Aber da habe ich auch so eine Riesenpackung davon gekauft. Da habe ich mich leider überfressen. Ah ja. Aber eigentlich ganz gut, dass es die in Deutschland nicht gibt, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das wäre mein Go-To-Schokoriegel in Deutschland. Kann man sowas nicht auf Amazon bestellen? Oh, das habe ich noch nie überlegt. Das muss ich gleich erstmal nachgucken. Weil meine Freundin, die frisst gerne so Reezys und so ein Zeug. Ich kenne es diese Dinge. Aber die gibt es ja auch im Rewe. Ja, aber ich glaube, da gibt es dann nur so ein Paar. Ja. Es gibt so in Amerika und so eine deutlich größere Auswahl und so andere Dinge und so. Und die hat die bei Amazon bestellt und so. Für 100 Euro. Das ist einfach in so einer Familienpackung. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber ... Die ist übrigens ekelhaft, meiner Meinung nach. Ich habe da keine Ahnung. Absoluter Dreck. Und die nicht so ... Mein Freund liebt die auch und ich finde die auch nicht so super, krass cool. Widerlich. Aber was ist dein lieblingsdeutscher Schokoriegel? Oder nicht deutscher, den es halt in Deutschland gibt. Weil ich sage, bei mir ist es eine Mischung aus KitKat und Kinder Bueno. Ja, okay. Wenn wir auch auf so Kinderdinge ... Also ist ein Kinder Maxi King ein Schokoriegel? Würde das noch reinzählen? Ist das das, was im Kühlschrank ist? Ja. Nee. Also sobald mit Kühlschrank gearbeitet wird, zählt eigentlich nicht, oder? Dann ... Dann ist es vielleicht Snickers. Ja, Snickers ist schon ... Der macht schon alles richtig. Snickers ist schon ... Ist ein OG-Riegel einfach. Der hat alles, ne? Ja, aber Snickers ist halt auch so dicht, würde ich behaupten. So von einem Kinder Bueno kann ich die ganze Packung in einem ... Ja, das kriege ich aber bei Snickers auch hin. Ja? Ja, wenn es Harderfahrt kommt. Warum nicht? Und danach hat man Bauchhi. Naja, dann lebt man haben. Okay, meine Top 3, wenn ich mir das angucke, ist gar nicht so lustig. Leider, ähm, leider kein Humor-Podcast. Diese bittere Wahrheit. Eine gute Krankenversicherung. Ja, meine Top 3 ist ... Ich bin ... Ich war immer so überrascht. Warum kommen so viele geile Bands und so geile Musik aus Schweden? Oh ja, aber ... Hä, so richtig viel. Aus richtig viel Metal-Mucke und so. Da wurden so 5 Millionen oder 7 Millionen Leute oder irgendwie so was. Was? So wenig? Ja, ja, es gibt richtig wenig Schweden. Und dafür kommt da unglaublich viel Musik her. Und zwar auch so in allen Richtungen. Kommt richtig viel Popmusik her. Da kommt unglaublich viel Metal und so Musik und so was her. Aber auch so Elektrozeug und alles Mögliche. Stimmt. Da hab ich mir gefragt, hä, warum sind die Schweden so krass im Musikmachen, obwohl da so wenig Leute herkommen. Stellt sich heraus, die haben einfach so eine richtig geile musikalische Frühbildung für so Leute und so was. Und haben unter anderem so kostenlosen Musikunterricht und so was wie so Schulen, wo Leute so kreative Sachen lernen können. Wo die einfach hingehen können und Kinder da so Sachen machen können. Und so. Und ey, so was wäre doch in Deutschland richtig geil. Wenn es so was wie so Jugendzentren gäbe, die ein bisschen geiler aufgestellt sind, wo man ein bisschen kreativen Scheiß machen kann. Und vielleicht nicht nur Musik, sondern vielleicht kann man da auch irgendwie mal was Cooles malen oder zeichnen oder einfach mal sich so ein bisschen kreativ auslassen. Das wäre doch so schön. Ja. Und ich glaube, das hat Deutschland mal ganz gut. Auch mal so ein bisschen Kreativität fördern und nicht immer nur Ordnung und Zahlen und deutsche Spießigkeit, sondern auch ein bisschen kreative, geile Scheiße. In Schweden läuft's auch. Mach das doch mal hier. Also krass, meine Cousine ist ja Schwedin und ich war als Kind immer so neidisch auf deren Schulsystem, weil die haben da einfach viel mehr richtig gemacht als hier. Also das war wirklich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war einfach so gut aufgebaut immer, wenn ich sie besucht habe und was sie so erzählt hat und auch so, wie die Ferien eingeteilt sind und das Schuljahr und so, war ich immer richtig neidisch. Das ist schon geil. Dafür fucking kalt da oben und viel Schnee, ey. Ja und. Also das mal richtig sein lassen, ey. Ich glaube, die haben auch so ein, obwohl Deutschland ja auch ein kleines Rassismusproblem ist. Man weiß es nicht so genau, aber es ist schon geil da. Da fallen dann die Lücken im Schulsystem auf. Naja. Könnte ich alles richtig machen. Aber die Musik ist geil von den Rassisten da oben, ey. Richtig geile Banger. Beste schwedische Band? Aber. Ich mein's ernst. Mir fällt auch keine andere ein. Avicii. Genau. Krasse Band. Krasse Band. Ja ne, also Musiker meine ich natürlich. Aber. Aber. Mir fällt halt wirklich nicht viel. Aber und Avicii ist das einzige, was mir gerade einfällt. Ja. Mein Shoutout. Schwedische geile Death Metal. Death Metal. Slash. Thrash Metal Band. Die Flasht. Leute. Die Flasht? Die Flasht. Entfleischt oder so. Oder zerfleischt oder irgendwas, ja. Die Flasht. Leute. Shoutout. Richtig geiler Death Thrash. Irgendwas. Ja. Geil. Ja, richtig geil, Alter. Vor allem die alten Alben. Früher noch da. Damals. Geil. Okay. Ja, aber mach doch mal Musikschule hier kostenlos, ey. Leute, was los? Die Musikschule ist echt so ein Bonzen-Ding, ne? Ja, ehrlich, ey. Schick doch mal die Assis. Gib dir doch mal eine E-Gitarre in die Hand oder ein paar Drums, bevor sie sich gegenseitig aufs Maul hauen, Alter. Ist so. Und dann, ja. Voll geil. Wär doch nice, ey. Boah, übrigens, seit, also gar kein Thema, aber so, seit Gras jetzt legal ist, ey. Wird nirgendwo mehr gekifft, oder? Doch, überall wird gekifft. Überall werde ich jagen, gekifft von allen Seiten, ey. Ehrlich? Ich bin ja auch so eine kleine Parkmaus. Ich lieb's ja manchmal so im Park zu picknicken und da zu stellen und da wird einfach nur noch einer sich weggekifft. Helmungslos, ja. Und es war voll cringe anzusehen, weil das war so eine Gruppe, neben mir so eine Gruppe von so, ähm, ich will jetzt nicht Nerds so despektierlich sagen, aber so. Drecks Nerds. So, so. Peinliche. So ein bisschen so Ekel-Nerds, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so picklige Jungfrauen. Aber die waren schon, nee, die waren schon etwas älter. Ja. Also, und, also die waren schon, das waren schon wirklich. Man kann trotzdem picklige Jungfrau sein. Ja, das stimmt. Als Nerd geht das alles. Lifehack. Lifehack, ja. Aber die waren schon deutlich erwachsen, weißt du? Das waren jetzt keine Jugendlichen, oder? Würdest du sagen, du bist ein Nerd? Weil ich hab eigentlich nerdy Eigenschaften in vielen Sachen und ich würde sagen, ich bin bei vielen Sachen ein Nerd. Ich würde auch sagen, ich bin ein Nerd. Aber es war trotzdem ein Bauchgeweis, ein Nerd so ein bisschen abzulästern. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, diese Art von Mensch, die ich meine. Ja, so soziophobe LAN-Party-Freaks. Ja. Bin ich aber auch, bin ich auch. Hab ja auch viele Freunde, die so sind und so. Aber die waren einfach, naja, auf jeden Fall hat man gemerkt, die kiffen jetzt nur, weil es legal ist. Also, weißt du, das waren so offensichtlich Menschen, die vorher sich nicht getraut haben zu kiffen, so. Und dann haben die da richtig einen weggekifft. Oder vielleicht auch gar nicht richtig einen weggekifft, sondern ganz wenig nur gekifft. Wolltest du dann mit einem Joint gearbeitet oder richtig mit Pfeife und Bong? Nee. Dürfst du mal den Partner mit Bong auspacken? Also, da war keine Bong zu sehen, glaube ich. Das war richtig geil. Oder so einen ablubbern, Alter. Ja. Aber die waren auf jeden Fall so high, dass schon wieder peinlich, also es war weder lustig, sondern es war einfach nur so ein bisschen so, oh Leute, weißt du, es war so, der eine konnte gar nicht mehr richtig gehen. Ich dachte, der kotzt da jetzt hin. Aber ich mir so dachte, Leute, also chillt doch mal. Oder fangt mal langsam an oder so. Ja, nee, kiffen muss gechillt. Das muss lässig passieren. Das war gar nicht lässig. Das war richtig stocksteif, was da passiert. Das ist alles, ey. Die haben gar nicht gechillt. Die waren so richtig so komisch angespannt. Was meinst du, wie stocksteif diese soziophoben Nerds gewesen wären, wenn die nicht gekifft hätten, ey? Da wäre gar kein Gespräch zustande gekommen, ey. Richtig schlimm. Die saßen auch so Rücken an Rücken. Hä? Das ist ja interessant. Ja. Das ist ja richtig interessant. Ja, ja. Die saßen noch nie Rücken an Rücken im Park. Hä? Ich auch nicht. Das ist auch völliger Quatsch. Weißt du, wer immer so steht? So Polizisten am Bahnsteig. Oh ja. Wenn die so, da ist so ein Fußballspiel und dann stehen die so zu sechs da rum. Dann stehen die immer so im Kreis und beobachten so alles um sich drum herum. Das stimmt. Boah, hast du gesehen, wo Hafengeburtstag war? Die Bilder davon und so. Ja, da war ich in Köln. Aber ich habe die Bilder gesehen. Das war ja so voll, Alter. Ich verstehe gar nicht, was die Leute sich da angucken. Schiffe. Ein Feuerwerk, glaube ich auch. Ach so. Was ich auch von meinem Balkon aus sehe übrigens. Also, auf jeden Fall Horror. Ich dachte so, ah krass, ein Schiff. Geil. Noch eins, Leute. Das sieht man ja sonst im Hafen nicht. Ja, eben. Also mein Platz zwei ist frische Kokosnuss. Eine Kokosnuss. Man stellt sich unter eine Palme, gönnt sich eine Kokosnuss, haut da einmal mit so einer Axt rein, macht da einen Strohhalm rein. Geil. Gönnung. Weil wenn man hier in einem Reh, wo dann einen Penny eine Kokosnuss kauft. Das ist immer Dreck. Kommt immer aus Holland, aus dem Gewächshaus. Es ist nicht das Gleiche. Es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht so wie eine richtig frische Kokosnuss. Nee. Frische Kokosnuss ist schon geil. Ja. Magst du auch Bounty? Palmen allgemein. Palmen, ja. Magst du Bounty? Magst du Snacks mit Kokosnuss? Nee. Inhalte? Nee. Weil ich finde Kokosnuss, ja, ist okay. Ist in manchen Sachen auch geil. Ich mag Kokosnuss-Curry gerne. Aber, ja, so eine Kokosnuss. Ich würde jetzt auch einmal leer saufen, aber ich sehne mich überhaupt nicht danach. Ich sehne mich schon danach, weil es schmeckt nicht so wie so eine Kokosmilch oder so, sondern es schmeckt einfach so wie so richtig frisches Wasser. Bisschen süßliches, frisches Wasser. Ja. Und die Kokoshaut ist auch ... Mit Kokosessenz. Ja, genau. Und dann, und die ... oder nicht Haut, Fleisch. Ich weiß nicht, wie das heißt, was man so rauskratzen kann. Das ist auch viel geiler, wenn es frisch ist. Ich mag halt auch so ... Mir ist aufgefallen, ich mag Kokosnuss nur, wenn ich es erwarte. Deswegen mag ich Bounty auch nicht, weil ich denke, das ist halt ein Schokoriegel. Warum ist da Kokosnuss? So eine unerwartete Nuss, ey, wenn die um die Ecke kommt, ey, das will man nicht. Ja. Ich bin heute Morgen ja so richtig früh abgestanden. Weil ich so in so einem coolen, hippen, fancy, neuen Hamburger ... äh ... nicht Restaurant, Café halt so frühstücken war. Und wenn man da nicht fünf Wochen im Voraus reserviert, um ... Acht Uhr morgens dahin geht, dann kriegt man nix. Ich hab reserviert, ja. Wann? 10.30 Uhr und ich musste aber ... Wie lange im Voraus? Ich glaub, eine Woche. Ja, krass. Und ich wollte dann ein paar Tage vorher, ähm, noch mal ein bisschen früher, weil ich gemerkt hab, okay, ich hab heute viel zu tun. Und dann war vorher schon nix mehr ... nix mehr frei. Und dann bin ich da einfach hin und hab so getan ... also bin um zehn da hin und hab so getan, als hätte ich mich vertan. So, ah, meine Reservierung ist erst um 10.30 Uhr, kann ich trotzdem jetzt schon den Tisch haben. Hat funktioniert. Aber die ... Also ist auch nicht so voll der Laden. Nee. Hast du also gelogen? Nee, der ist auch so voll, aber irgendwie ... also, wenn man nichts mehr reservieren kann, geh ich einfach davon aus, dass das heißt, dass alle Tische ausgebucht sind. Ah. Die Leute sind nicht aufgetaucht. Dann ist auch das passiert, was ich liebe. Ich hab mich hingesetzt in eine Reihe, wo alles frei war. Dann haben sich direkt neben mich innerhalb von fünf Minuten zwei verschiedene Paare hingesetzt mit Kinderwagen und schreiendem Baby. Lieb ich. Lieben wir. Auf jeden Fall ... Was hat das mit Kokosnuss zu tun? Ja, genau. Ich hab da nämlich einen Kokosmatcha bestellt, wo ich skeptisch war. Ich war skeptisch. Eigentlich war das nicht in meiner engeren Auswahl. Und dann dachte ich so, komm, ich probier's jetzt mal aus. War die angebracht? Unfassbar lecker. Ah. Es war so lecker, weil ich eigentlich dachte, ich mag diese Kombination nicht, weil bei Espressohaus kein Shoutout, die irgendwann angefangen haben, ihren Matcha-Scheiße zu machen. Die machen in jedem Matcha, auch wenn's Hafermilch ist, schmeckt es, als wär's Kokosmilch. Und das find ich jedes Mal scheiße. Deswegen dachte ich so, einen Kokosmatcha mag ich ja nicht. Nicht das Hass. Wenn ich möchte, dass da Kokos drin ist, wenn mir das vorher angekündigt wird, dann fand ich's richtig lecker. Ja. Also bitte eine Kokosankündigung für die. Ja, wirklich eine Kokosankündigung. Kokosankündigung, ja. 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 Das könnte auch die Folge heißen, Kokosankündigung. Ähm, meine Nummer zwei an Dingen, die wir in Deutschland gebrauchen könnten. Also, ich hab ja eine History mit obdachlosen Menschen und so, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und die landen regelmäßig im Knast, weil die andauernd schwarz fahren. Und die fahren ... Wegen Schwarz? Wirklich? Ja, na klar. Na klar. Also, das ist der Nummer eins Grund, würde ich sagen, warum die andauernd im Knasten landen. Weil die schwarz fahren und dann die Dinger nicht bezahlen können und so. Das ist so ein Quatsch einfach. Ja. Und da denk ich mir einfach nur so, das 49-Euro-Ticket ist schon ganz nett. So, man kann schon viel rumfahren und so, find ich schon ganz gut. Aber bitte, wenn irgendwie irgendein Penner im Bus ist und kein Ticket hat, was bringt es denen wegzuknasten? Das ist so dumm. Es ist einfach nur unglaublich teuer. Es bringt überhaupt nichts. Du machst einfach den Leuten das Leben schwer. Und gleichzeitig kostet es dem Staat unglaublich viel Arbeit und Geld und fucking Gerichtskosten oder sonst was alles und so. Ey, bitte. Es gibt irgendwie in anderen Ländern so kostenlosen Nahverkehr oder sowas. Oder da ist es ein bisschen anders gelöst und so. Bitte, ich will halt hier auch. Lass die Leute, wenn sie es sich nicht leisten können, einfach kostenlos damit fahren. Wen juckt's? Ist halt noch einer mehr im Bus. Ist halt noch einer mehr mit in der Bahn. Kriegt euch einen. Was bringt es die Leute einzusperren, Alter? Das sollte ein Menschenrecht sein, von A nach B zu kommen. Ich hab letztens auch gelesen, dass in irgendeinem Land jetzt kostenloser Nahverkehr eingeführt wird. Ja, mega sinnvoll. Oder sogar Schweden. Ja, Schweden macht alles besser, ey. Und der Rassismus auch geil. Wenn's halt klappt da, ja, ist halt so. Dafür ist halt der Nahverkehr gut. Ja, und alle können Gitarren-Solo spielen. Ja, das mal machen, so. Ja, also das Ding ist ja, so dieses 49-Euro-Ticket ist so im Vergleich zu anderen Ländern schon auch Ja, ist schon dope. Schritt in die richtige Richtung und so. Ist dope, muss man sagen. Klar, das 9-Euro-Ticket war schon geiler. Das 9-Euro-Ticket, es war 40 Euro geiler. Sagen wir, wie es ist, ja. Ja, wirklich. Ah, ich wünschte, für 49 Euro könnt ihr auch ICE fahren. Boah, das wär geil, ey. Da will ich auch 9,50 für zahlen. Ja. Boah, das wär richtig geil. 69 zu viel. Mach ICE auf, ey. Ja, mach ICE. Scholz macht den ICE auf, ey. Ja, wirklich. Ja, das wär richtig nice. Bald sind Waren, ich hab gestern meine Wahlzettel gekriegt. Dann, ganz im Ernst, dann können wir von mir aus auch wieder die Penner wegknasten. Wenn der ICE frei wär, mit dem 49-Euro-Ticket. Ja, wen müssen wir wohl wählen, dass das passiert? Ja, AfD. Safe, ne? Wähle ich ja eh schon. Ich hab eben so voll das sympathische Wahlplakat gesehen und war so, oh, die sieht voll lieb aus. Und dann war ich so, ah, CDU, hm, schade. Ja, okay. Sind wir wieder raus. Ja. Ja. Was ist deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei war die Kokosnuss. Was ist deine Nummer eins? Meine Nummer eins ist, ähm, dieses, diese Becher im Supermarkt, wo schon so Crushed-Eis drin ist. Also diese Plastikbecher, die voll mit Eiswürfeln sind. Ah, und dann kannst du dir ein anderes Getränk holen und knallst das einfach voll, oder was? Ja. Habe ich noch nie woanders gesehen. Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Also ich hab das noch nie überhaupt gesehen, dass es das im Supermarkt gibt. Nee. Ah, ich hab das. Aber die Idee find ich super. Ja, ich glaub, das ist in Asien sehr weit verbreitet, so 7-Eleven-mäßig und so. Und dann ist das halt. Keiner weiß, du sagst einfach nur Worte. 7-Eleven ist so eine Supermarkt-Kette. Ah, hä, ist nicht amerikanisch? Die gibt's in Amerika, aber die gibt's auch in Asien. Ja. Und dann haben die halt im Tiefkühlbereich, haben die halt einfach so durchsichtige Plastikbecher mit durchsichtigen Eiswürfeln drin. Das fände ich hier so geil. Das ist so, das ist wirklich arschgeil. Ey, überleg mal die Dinger und dann holst du dir unterwegs einen Cola untenrum und dann machst du dir einfach unterwegs ein Dings, Cuba Libre, Alter. Ja, das ist einfach nur geil. Oder wenn dir halt zu heiß ist oder so, dann holst du dir einfach so einen Eisbecher. Das ist einfach so geil. Und dann kühlst du dich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Hä, Rewe? Alter, was ist falsch mit euch? Es ist richtig geil, ne? Schaltet doch mal Verwehren und Verwahrlos ein. Hey, das ist doch die beste Idee ever. Es ist so geil und dann ist da halt so, ist das so verschlossen, so luftig und dann ziehst du halt das ab und dann kannst du dir dein Zeug da reinkippen und dann hast du einfach einen geilen Drink, so. Ja, das finde ich erstmal hervorragend. Ich bin ein absoluter Crushed-Eis-Fan. Ja. Beste Eiswürfel-Form? Top 3. Grund? Kennst du diese vierten Kugeln? Ja. Ja, okay. In meiner alten WG hatten wir immer Kugeln, aber das funktioniert nicht gut. Finde ich auch nicht. Ich finde die nicht gut. Das ist mir zu viel Arbeit dafür, dass es am Ende eh nicht rund wird. Ja, ja, ja. Das ist doch richtig nervig. Da kann man auch nicht gut dran rumlutschen, weil ich nehme die auch gerne in den Mund, wenn ich das so... Ja, aber... Oh, ich liebe die im Restaurant, wo so ein Loch drin ist. Ja. Diese mit dem Loch, die finde ich, das sind die geilsten. Aber ich mag auch die quadratischen, aber in groß. Ich mag das, wenn die so groß sind. Ja. Meine Nummer 1 Crushed, muss ich sagen, ist das geilste, finde ich. Crushed Nummer 1. Aber wenn man das selber herstellt, ist das halt Arbeit so, ne? Ja, kaufe ich in so Tüten. Ah, krass. Wie viel kostet das so? Nicht viel, oder? Nicht so viel. Okay. Das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall... Das heißt, ich habe so eine mittelgroße Tupperdose, die einfach nur voll mit fettigen Eiswürfeln ist. Das ist so geil, da hat man immer Eiswürfel. Das ist eine hervorragende Idee. Lifehack hier. Das ist wirklich wie so ein 10.000 Euro Kühlschrank, wo die Eiswürfel rauskommen für Arme. Ja, wirklich. Ja. Ja, geil. Und die fallen mir auch automatisch entgegen, wenn du die Tür aufmachst. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Was ist deine Nummer 1? Meine Nummer 1. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich wollte eigentlich über das Thema sprechen, um über den Abfluss-Häcksler zu reden. Oh ja. Hä? Das ist wirklich geil. Ich habe letztens gelesen, die Dinger sind in Deutschland gar nicht verboten. Ich dachte, ich hätte mit dir darüber gesprochen und wir haben darüber diskutiert, ob die verboten sind oder nicht. Nee, keine Halluzination. Die sind erlaubt. Die werden einfach aus irgendeinem Grund nicht eingebaut. Hä? Baut die ein? Ach so, der Grund war, dass sonst zu viel... Recycling oder sowas. Dass zu viel Lebensmittel im Grundwasser oder in der Wasserleitung landen würden und so. Das Essen soll halt in Müll und... Ja. Aber Leute, kriegt euch doch mal ein. Ich würde so gerne meinen Abfluss frei häckseln können. Das ist so geil. Ich würde so gerne so ein... Wie in so einem Horrorfilm, ey, mal Arm reinstecken, mal gucken, was passiert und so. Einfach irgendwas zerschreddern, Fingernägel dran schneiden, alles, ey. Das ist so schön. Ich muss einfach immer mein ekelhaftes Sieb dann so ausgerissen im Restmüll. Das ist ja auch ekelhaft. Ich würde einfach so einen Schredder da drin haben, ey. Wie geil wäre es? Ja, das wäre der Traum. Ja. Habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich finde, das ist eine gute Erfindung. Herr damit, Deutschland, was macht ihr? Meine Honorable Mention ist mehr Plastik-Scheiß. Plast... Ah! Mehr Plastik-Scheiß? Ja, mehr Plastik-Scheiß. In anderen Ländern gibt es viel mehr so Plastiktüten und Plastik-Strohhalme und so. Und eigentlich wissen wir ja, das ist eine Umweltsünde, aber es ist schon praktisch. Es ist schon praktisch, es ist schon praktisch überall, um sonst eine Plastiktüte im Supermarkt zu kriegen und sich nicht für 1,70 eine kaufen zu müssen. Okay. Aber ich bin natürlich für Umweltschutz und gegen Klimawandel. Ja. Meine Honorable Mention ist so ein Eis, das kenne ich vom Koreaner. In Düsseldorf gibt es so eine große asiatische Community und viele koreanische Restaurants und so. Und dann war ich in so einem Restaurant und die haben zum Nachtisch so ein geiles Melona. Heißt das, so ein geiles grünes Eis. Das ist ein Eis am Stiel. Und danach bin ich oft in Düsseldorf in so asiatische Supermärkte gegangen. Es gibt so ein, ist das ein koreanischer Laden? Hanaro-Markt? Weiß ich nicht mehr genau. Keine Ahnung. Und da habe ich mir oft dieses Melona-Eis angekauft. Richtig geil. Und jetzt, seitdem ich nicht mehr oft in Düsseldorf bin, finde ich es nicht mehr. Hier gibt es doch auch Asiomärkte. Da muss ich nochmal hin. Ja. Aber das muss es in Deutschland mehr geben. Hallo Aldi, verkauf mir dieses Melona-Eis. Das wäre richtig geil. Schmeckt nämlich richtig nice. Das ist grün und schmeckt nach Honigmelode. Krass. Richtig geil. Richtig nice. Kann ich empfehlen. Okay. Okay. Ich wollte doch noch über Ani the Duck mit dir reden. Oh. Das Drama. Ich bin richtig drin. Ja? Ja. Aber ich muss ganz dringend pipi. Scheiße. Wir sind auch schon bei einer Stunde 13 oder so. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir können mit einem Cliffhanger enden. Können wir darüber noch reden? Ich meine, es ist jetzt eh schon, wir sind schon eine Woche spät dran, weil letzte Woche, ich wollte das eigentlich letzte Woche mit dir besprechen. Ähm. Ich finde das alles gar nicht so schlimm. Das ist mein Take. Ich fand das klar, dieses Statement. Warte, lass uns mal kurz auf. Ja, ich weiß eh ja Bescheid, oder? Ja, also, da muss man jetzt nicht groß erklären. Ani wurde halt vorgeworfen, dass irgendwie ein schlechter Mensch ist und das schon seit tausend Jahren, aber keiner hat sich je getraut, was zu sagen. Und jetzt hat sich einer getraut, da haben sich auf jeden Fall auf einmal alle getraut. Und dann hat sie ein Statement veröffentlicht. Viel zu früh, meiner Meinung nach. Viel zu früh einfach. Also, wirklich ein Tag später. Also, ein richtiges Null-Statement, muss man sagen. Ja, aber ich habe schon deutlich schlechtere Statements gesehen. Naja, also, das war ein richtig räudiges Schrott-Statement. Also, ich fand's gar nicht so schlecht. Ja. Warst du sonst Ani-Fan? Ist sie dir sympathisch? Äh, ich hab ... Bist du Team Ani? Ich bin Team Niemand, würde ich sagen. Also, ich kenne die alle, aber ich habe gar keine parasoziale Beziehung zu irgendwem. Irgendwie sind die alle so egal. Weil, ich finde das interessant, weil die ganze Welt schießt sich ein auf diese komische Ani jetzt und so. Alle haten die. Die ist anscheinend irgendwie ... machen die Leute ein bisschen schlecht oder so. Komisch, merkwürdig, keine Ahnung. Ich fand, das war ein bisschen komisch, dass er jetzt ... Also, ich meine, es ist eh immer totaler Dreck, wenn sowas rauskommt. Stürzen sich alle komischen YouTuber und Twitch-Leute rauf und machen irgendwelche peinlichen Reaction-Videos und so. Das finde ich einfach schon so schlimm. Und ich finde, es nimmt so ein bisschen fast so Mobbing-Züge an, dass sie jetzt auf sie total rumgehackt wird. Ich meine, sie hat jetzt keine Verbrechen oder so begangen. Ja, die ist wahrscheinlich ein komischer Mensch. Ich dachte mir halt so ... Kann schon sein. Alter, wahrscheinlich sind 20 Prozent der Menschen komische Menschen. Also, ich meine, die ist halt leider auch ein bisschen bekannt, leider noch irgendwie. Und kann schon verstehen, ja, dass sich da Leute drüber aufregen. Und natürlich sind nicht alle Influencer so, wie man ... dass man mit denen auch wirklich befreundet sein wollte und so. Ich fand's halt einfach krass, dass so ... Ich dachte mir halt die ganze Zeit so, ja, ich hab auch schon so einen Quatsch gemacht wie sie oder so, nur ich bin halt nicht berühmt. Ja, ja. Also, privat hab ich solche Sätze auch schon gesagt und sowas. Ja, jeder macht ja irgendeine Scheiße und so. Und besonders so nach einer Trennung ... Ich will gar nicht wissen, wie ich über meinen Ex-Freund geredet hab die ersten paar Monate, wo wir getrennt haben. Aber hallo, ey. Also, das find ich schon nicht legitim oder so, aber das macht man halt ... Also, keine Ahnung. Ja. Bei manchen Sachen dachte ich auch schon so, boah, ist nicht so cool, aber ... Ja, dann ist sie halt ne Bitch. Keine Ahnung, ist doch egal, oder? Ja, die hat sich auf jeden Fall arschig verhalten und so. Ist alles nicht cool und so. Aber ich will nicht wissen, was für einen Hass die gerade abkriegt von tausenden Leuten und so. Und man muss ja einfach sagen, wahrscheinlich ist ihre Karriere völlig ruiniert. Glaubst du wirklich wegen sowas? Also, ich glaube, die hat ihre Sponsoren wahrscheinlich und so verloren und so. Ja. Und, keine Ahnung, also ... Ich find halt auch so ... Wir will jetzt doch gerne was mit der machen und so, wenn einfach so negativ über so jemanden berichtet wird und so. Aber ich find's halt auch so, mich hat's voll aufgeregt, dass sich dann jeder kleinste Baby-Kack-YouTuber sich dann auch so drauf gesteckt hat. Ja, das hasse ich, ey. Wo du denkst, ihr kennt euch nicht, die kennt dich nicht, du kennst sie nicht, lass sie doch in Ruhe. Also, ich find's okay, wenn die Leute, die sie persönlich kennen und die auch irgendwelche Erfahrungen mit ihr gemacht haben, sich da zu äußern und sagen, jo, mir ist auch das und das passiert oder mir ist was anderes passiert oder, oh, das hätt ich nicht gedacht, ich kenn sie schon so lange. Aber wenn dann Leute, die wirklich nix mit ihr zu tun haben, dann die ganzen Views noch abgreifen, denk ich mir so, Junge, komm halt klar, das ist keine Hobbys. Also, das fand ich dann schon richtig arschig, wenn so Leute, die so nix damit zu tun haben, aus ihren Ecken gekrochen kommen. Oder Leute, am geilsten find ich das immer, wenn Leute so sagen, ich hab die noch nie gemocht. Denk ich mir so, ja, herzlichen Glückwunsch. Oder auch so Leute, die dann so sagen, endlich sagt's mal jemand, so, ja, mach du doch das Maul auf. Ja, das ist einfach so, oh, das ist so peinlich, dass wir alle so draufstürzen und so. Und dann ist einmal so eine Person als Opfer auserkoren und dann können alle noch nachtreten und jeder kann noch was dazu sagen, jeder, der mal eine schlechte Erfahrung mit der Person hat und so. Ja, Alter, jeder kennt Leute aus seinem Umfeld, die so oder so ähnlich sind oder so. Also, die komische Leute sind, die ein bisschen narzisstisch sind, die, mit denen es ein bisschen komisch ist umzugehen, die andere Leute von oben herab behandeln und so. Es ist alles nicht geil. Ich kann mir auch vorstellen, dass man in einer Beziehung oder in einer Freundschaft unter solchen Leuten leiden kann und so. Also, natürlich, also es soll auch nicht irgendwie das Leid von irgendwelchen Leuten schmälern oder so. Nee. Aber, ja, es bringt halt auch nicht so eine Person so hart zu verteufeln. Also, sie hat jetzt auch keinen, sie hat jetzt niemanden umgebracht oder irgendwie sonst was. Also, das, ja, surprise, surprise, sie ist nicht so cool, wie die Leute dachten. So, okay. Mein Take und der Take von, glaube ich, auch noch vielen anderen ist halt auch wieder, wenn sie keine Frau wäre, sondern ein Mann. Ist, das ist definitiv so, glaube ich, sofort. Das, also, ich glaube, da steckt richtig viel so Frauenhass und auch Hass unter Frauen und sowas auch so drin und so. Das, glaube ich, auf jeden Fall. Habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe und so. Also, hätte das, was sie gemacht hat, irgendwer, irgendein männlicher Star gemacht, hätte niemand mit der Wimper gezogen, nicht mal annähernd. Und so jemand wie, keine Ahnung, Luke Mockwitsch, der irgendwie irgendwelche Minderjährige ist. Keine Ahnung, aber so, der hat ja immer noch eine riesige Karriere, so. Obwohl da ja wirklich nachweislich auch was passiert ist und so. Und bei Anni hat ja niemand auch nur, also, ich unterstelle nicht, dass das gelogen ist, aber da gibt es ja nicht mal Beweise so. So, wie sich das angehört hat oder so, wie ich es so einschätzen würde, denke ich mir auch so, okay, die hat sich jetzt nicht vorgenommen, Leute dreckig zu behandeln. Die ist einfach eine fucking Narzisstin und checkt nicht, wenn die Leute... Ja, die ist einfach kein super guter Mensch. Ja, die ist einfach empathielos. Genau. Und denke ich mir, okay, das ist scheiße und ich hätte keinen Bock, mit der Person viel zu tun zu haben und so. Aber dann seid ihr nicht mehr befreundet. Aber jo, Alter, das Internet ist voll von solchen Leuten, muss man einfach so sagen. Und das Privatleben ja auch. Ich kenne auch Leute, die so sind, mit denen ich schon mal befreundet war. Und jetzt bin ich ja nicht mehr mit denen befreundet, mein Gott. Und wie schon sagtest, in so manchen Situationen denken wir doch auch über sich nach. Was habe ich für Scheiße gemacht? Und hat auch Leute unfair behandelt oder halt irgendwie sowas gesagt. Oder mal jemanden geghostet. Ja, ups. Ja. Aber das finde ich sehr interessant, weil das so ein unglaublich großes Thema hat. Und jeder mit drauf eingetreten hat. Und ich denke mir so, Alter, jo, irgendwie spannend, aber auch irgendwie katastrophal, was da einfach schon wieder so viel Dynamiken raus ergeben und so. Und das ist einfach eine Sache, die sollten die Leute einfach unter sich irgendwie privat klären und so. Und ja, wenn die Person scheiße ist, dann dreht halt keine Videos mit der. So, keine Ahnung. Ja, aber wir wollen ja alle noch unsere fünf Minuten Fame. Genau. Und wir möchten ja mit der ... Anni, komm zu uns im Podcast, wir machen dich groß hier wieder, ey. Ja, wir werden hier ... Anni, du darfst hier freisprechen. Ja. Nee, weiß nicht. Verwirrt, verwahrlost und völlig empathielost. Oh Gott. Naja, ich muss wirklich dringend, Pipi. Okay. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nee, das wollte ich nochmal kurz ansprechen, aber sind wir jetzt auch fast durch. Fast durch. Fast durch. Oder so gut wie durch. Wie heißt die Folge heute? Was haben wir gesagt? Irgendwas mit Kokosnuss. Kokos-Dings. Ich habe auch noch was anderes aufgeschrieben. Richtig Kokosnuss. Ehrenklempner fand ich auch cool. Ja, keine Ahnung. Kokos-Ankündigung? Ja, ich glaube, das ist doch so Kokos-Ankündigung. Ja. Na, schauen wir mal. Okay, ich muss jetzt wirklich ganz dringend, Pipi. Eine Sache noch zu Anni. Kai! Ich pisse mich gleich ein. Hast du auch diese Werbung für Garfield, für diesen Garfield-Film mit Anni bekommen? Weil das war das absolute Anti-Timing. Das muss ich noch kurz anmerken. Ich habe gehört, dass sie das Statement so früh schon veröffentlicht hat, weil eben die Macher von dem Garfield-Film sie dazu genötigt haben, jetzt direkt ein Statement abzugeben. Ah, okay. Ja, okay, das ergibt irgendwie Sinn, weil die haben unendlich viel Social-Media-Werbung halt nur mit ihr zu diesem scheiß Garfield-Film. Ich habe zu keinem anderen Synchronsprecher oder so irgendwas, wie du schon rumtappelst hier, ey, der Urin, der steht dir bis zur Stirn, ey, ja. Die haben die ganze Zeit nur Werbung mit Anni und sowas da gemacht. Und ich denke jetzt, Alter, du hörst gleichzeitig nur Scheiße über diese Frau. Und der neue Garfield-Film, Leute. Aber wen synchronisiert sie denn? Garfield? Nee. Weiß ich auch nicht. Irgendjemanden, weiß ich auch nicht. Okay. Das finde ich, also, so blöd oder cool man die auch immer findet, als Synchronsprecherin würde ich die im Leben nicht engagieren. Weil, oh, die Stimme ist so nervig von der Frau, finde ich. Ja. Die hat so eine komische, so eine Eigenart zu sprechen irgendwie, da würde ich einen Anfall kriegen. Ja. Die hört man auch die ganze Zeit so raus. Das könnte ich nicht ausblenden. Da denke ich dir jetzt ganz, yo, das ist nicht hier Figur X, Y, Z, das ist hier Anni. Das ist wie mit, wie heißt der andere, Julian Bam oder so, der spricht ja auch auf Synchron und so. Ja, aber die Stimme von ihm ist so, die würde ich jetzt nicht so hart raushören, glaube ich. Ja, aber ich glaube auch nur, weil gerade du Anni sowieso überall hör. Weil ich so Fan bin, ja. Ja. Na gut. Vorher nicht abonniert, aber jetzt schon. Ja, jetzt bin ich dabei, ey. Ja. 200.000 Follower verloren, aber einen gewonnen. Okay. Okay. Leute, wir sehen uns demnächst. Wie gesagt, keine Ahnung, ob nächste Woche eine Folge kommt. Könnte klappen, könnte auch nicht klappen. Wir gucken mal. Vielleicht machen wir es irgendwie remote oder so, wenn es geht. Naja. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss.